Beans vs. Mario Maker. Zwei in dem Fall, eigentlich eine Couch-an-Couch- oder Sessel-an-Sessel-Edition. Und jetzt mit einem neuen Team, einem frischen Team. Für euch, die jetzt vielleicht neu eingeschaltet haben, nochmal kurz alle Informationen. Wir haben hier zwei Teams, das sind zum einen Team Team Gregor und Team Eddie. Das ist hart, weil ihr seid wirklich gut. Wurde ja bei Haus an Haus doch schon bewiesen, dass ihr beide genau wisst, was zu machen ist. Und natürlich Team Raphael und Fabian, ihr seid Mario, hier ist Luigi. Und jetzt kommt's. Aktuell steht es im Team 2 zu 0. Das heißt, Team Mario hat in den letzten vielen Stunden richtig, richtig Punkte gesammelt. Und jetzt ist so ein bisschen die Entscheidungsschlacht das letzte Drittel. Wir führen 2 zu 0? Nein. Die anderen. Team Mario. Also ihr seid leider mehr oder weniger gerade ein bisschen in Abschlussraten. Da konnte ich ja nichts für. Ja genau, da konnte keiner was für eigentlich. Auch ich gebe anderen den Schund. Eigentlich sind wir ehrlich, ist es Gregor gegen Fabian mit Sidekicks. Es ist Team G wie Gewinner gegen Team F wie Fail. Du musst auf jeden Fall aufholen jetzt. Ich dachte, dass ich jetzt verliere. Das gefällt mir sogar noch besser. Wir haben auch schon eine Map hier runter weiß, da heißt die Simon Says. Und ich glaube, die wird viel mit Farben und Schaltern zu tun haben. Und wenn ihr seht bei Versuche, 0,93, das heißt von 100 Versuchen hat's einer geschafft. Oder beziehungsweise man braucht 100 Versuche, um es einmal zu schaffen. So ungefähr. Da haben wir nur 400 Leute probiert. Naja, aber wir wissen ja auch nichts über die Fähigkeit dieser Leute. Und wir haben 10 Minuten Zeit, ne? Wir haben 10 Minuten Zeit, das sind die Regeln. Wir haben's auch ein, zwei Mal so gemacht, dass wir noch ein paar Minuten draufgehängt haben. Der Weltrekord ist eine Sekunde? Nee, eine Minute. Es gibt aber keine Pflicht irgendwie, wenn einer von uns stirbt, dass der Controller rübergegeben wird. Oder wie ist die Verteilung? Nein, nein, es gibt keine Pflicht. Ihr könnt euch, also wir haben's so gemacht jetzt. Ich weiß nicht, wie's vorgemacht wurde. Wir haben's so gemacht, dass einer ein Level spielt und sich eben einspielt und dann auch durchspielt. Okay. Sollte man nicht mehr wollen, kann man abgeben. Wie bitte? Sicher, Gregor hat den ganzen Tag schon gespielt heute. Ja, sonst wäre, ihr solltet euch schon pro Level abwechseln. Ich hab mein Batezimmer sauber gemacht, aber danke. Gregor, du kannst anfangen, aber danach muss dann auch Ede. So nicht. Wer spielt denn bei euch als erstes? Ich fang jetzt mal an. Na, dann lass ich doch zu viel spielen. Nein, du fängst schön an, damit ich nicht scheiße dastehe. Da seh ich schon mal, um was es geht. Ich bin gespannt. Wir starten, wenn ich das Signal gebe. Ihr seid alle aufs Spielen. Drei, zwei, eins und go! So, ich will jetzt hier eine House-on-House-Performance nehmen. Ich glaube, den lädt's schon schneller. Wir gehen erst nochmal mit Viereck, ne? Wir haben ja beide bei House-on-House Super Mario-Man quasi. Also unwissentlich, aber gegeneinander. Was ist das denn? Fängt super an. Was machst du? Ich mach dich jetzt schon. Ich mach dich jetzt schon. Das geht doch automatisch Neustart, oder? Ja, aber das geht schneller, wenn ich das so mache. Ernsthaft? Was ist denn das für ein Scheiß? Willst du schon mal abbrechen? Ich fühl mich schon angepisst hier. Da will schon einer nicht mehr. Da hört's schon auf. Wo kommt der Benson? Ah? Gregor? Ja, komm. Ja, dann trink die Apfelschur. So, Ben. Ben, komm her. Was ist hier los? Hier ist dein... Gehst du auf Rot, drückst nach unten. So, Gregor hat's noch nicht gar nicht. Jetzt hat er verstanden. Was kann ich? Ja. Oh, nein. Jetzt ist es vorbei, ne? Na, nicht auf Rot. Oh, Alter. Boah. Toll. Das ist so easy. Oh, mein Gott. Total easy. Könnt's auf die Fische drauf, ne? Ja. Könnt's einfach nicht sterben. Easy. Das ist was, was ich sehr gehört hab. Duck. Oh. Hä, wieso bist du da durch? Du bist da durch? Okay. Okay, du hast aber was abgekuckt. Fuck. Ich darf schon auch Tipps geben. Ja, klar. Na klar, ihr spielt zusammen. Ihr könnt doch abwechseln, was immer ihr wollt. Dann spielt man besser. Danke. Allerdings, eine Sache noch, sobald der erste geschafft hat, ist natürlich der Level zu Ende und dann gibt's die Punkte und Ende. Also, man, wir wollen nicht zu lange an einem Level hängen. Ja, ja, klar. Das ist ja auch verständlich. So, Duck. Aha. Aha, okay, ich verstehe. Sehr. Gefahren. Oh, oh. Okay, aber wie kommt das okay? Ähm, muss aus der Schale rausspringen. Aus der Schale rausspringen, wahrscheinlich, ja. Oh, Gott. Okay, das ist schon ein kleines Filet drin beim Auflösen auf jeden Fall wieder. Ja, aber du darfst dich nicht von vorne an die Fische ranwagen. Mit den Fischrohnen. Bring dich ja aus dem Takt. Duck, duck, duck. Also, das Ding wird nach hinten. Okay. Wieder mal auf den Schalter drauf. Genau, warte mal. Fuck, wie lang dauert so lang? Drückst du eigentlich nochmal runter? Ja, aber das muss ich nochmal. Das muss ich, das muss ich einfach nur loslassen. Das dauert einfach einen Moment. Du musst sofort wieder loslassen. Oh, es tut mir leid, ich mach den Gong einmal. Der Chat rastet uns aus. Ah, okay. Ja, okay. Hey, Gregor, was macht Gregor da? Er hat einfach rausgemacht. Du kannst direkt mal übernehmen. Start neu. Das ist doch Quatsch. Genenziell müsste ich ja mehr mit Fabian sitzen eigentlich in unserer Geschichte nach. Ich spiele hier nur mit, wenn du hier mitmachst. Echt? Ja, damit wir Gregor hier machen. Ich habe schon gehört, die Level sind größtenteils enorm fair. Das ist jetzt ironisch gemeint. Ja. Das muss doch auch ein bisschen herausfordernd sein, ne? Also, Gregor, ich kann nicht beruhigen, das Team Fabian ist nicht viel weiter. Sind wir seit ungefähr gleich. Doch, aber. Ne, ne, im Kopf sind wir weiter. Wir sind schon den nächsten Step. Das ist alles sehr knapp getaktet vom Timing her aus. Oh Gott. Da ist jemand, der keine Freunde hat. Der hat genug Zeit, sowas zu designen. Ah, das stimmt so nicht. Ich habe das nicht designed. Ja, es gibt auch Leute, die... Scheiße, ich muss konzentrieren. Oh, eben. Das irritiert mich voll, dass der Fernseher so schräg steht, ne? Das haben aber wahrscheinlich auch schon mehrere Leute heute hier gesagt. Ja, das ist richtig. Dann könnt ihr die Plätze tauschen, die beiden, oder? Ist das eine schöne Idee? Das können wir auch machen. Hat auch keiner gesagt, aber... Jeder hat's gesagt. Ich sekundiere das. Ne, niemand hat das gesagt. Aber tausch doch Plätze einfach, dann kannst du ein bisschen gerade drauf gucken. Ja, jetzt hast du den Flow, Gregor. Wollte ich nicht, aber halte ich nicht einfach die Fresse. Und es ist auch noch ein knappes Timing. Ah, okay. Ja, das konnte ich halt... Ich habe es nicht gesehen vorhin. Es war eines ausprobieren. Was ja richtig nervig wäre, wenn es hier auch noch richtig eklige Luft drin wäre. Hammer, Glück gehabt. Zum Glück zu können. Wenn alles Zyniker werden um einen herum, das wäre die Hölle. Das wäre die Hölle. Ja, aber warum? Okay, das Timing ist mega knapp. Die Fische eventuell, aber eventuell reicht es auch nicht. Du machst das schon richtig gut, Fabian. Ich gucke jetzt hier auf beide Bildschirme und Fabian hat da auf jeden Fall eindeutig die Nase voraus, das ganze Handling und so angeht. Du kannst nicht gut lügen, Ben. Also ich bin aber jetzt wohl hammermäßig hier über den Anfänger gekommen. Ah, hier ist er auch. Du musst sofort wieder loslassen. Check mal nochmal, ob du eine ordentliche Apfelschorle fährst. Ja, ach so. Willst du noch eine Apfelschorle? Ich hätte dir noch eine über. Ja, gleich vielleicht. Das bringt nichts. Tatsächlich. Na gut. Dann kannst du auch, wenn du den Knopf betätigst... Eine ordentliche. Einmal ganz schnell nach links auf dem Laufwand. Ja, wenn man das auf jeden Fall ist. Und dann musst du voll ein bisschen. Es ist viertel vor fünf zu Hause warten. Ich habe so eine Gitarre, die ist kaputt angekommen. Die soll zurückgehen, so retour. Das ist immer der schmale Kratz zwischen einem Tipps geben und Kutscheißen. Dann die gesagt, zwischen 38 und 17 Uhr ist dein Abholservice. Du kannst dir vorstellen, in welchem Extrem das dann stattfindet. Also nach früh waren sie nicht da. Siehst du, musst du was kriegen. Das gibt es nicht. Ich habe einfach zu lange gedrückt gehalten. Ach, du bist schon weitergegangen. Alter. Die muss doch die Ratschläge lesen, ne? Ach nein, und jetzt wieder von vorne. Bumsnase, ey. Das ist echt... Das ist mega fies. Zu so einem Scheiß habe ich noch nicht aufgehört. Du bist ein bisschen Kruppilot oder was? Ja. Ja, und die nächste fahren wir rechts. Alter. Und jetzt? Jetzt musst du auf den Panzer aufmachen. Ach so, alles gleich. Schnapplehose. Das ist eine ganz kleine Sache. Oh, da. Oh, da. Du bist aus dem Bild gerannt, weil da war der Panzer nicht mehr da. Okay, darf es nicht aus dem Bild gerannt. Der Panzer, der funktioniert, der ist auch. Der schalter nicht. Äh, warte mal, warte mal. Ich muss das Timing mal. Warte, nicht zu weit. Jetzt. Jetzt ist... Du musst den sehen. Ich muss den Ficker sehen, ey. Okay. One-off-switch. Weil wenn du den nicht siehst, dann wird der halt auch nicht ausgewichtigt. Der despaunt. Gott. Millisekunde. Echt eine scheiß Millisekunde. Aber um zu beruhigen, Gregor versagt an der Stelle auch. Oft. Ich weiß nicht, wie gut ich will anfangen jetzt schon kann. Ich werde sowieso wie selbstbewusst zu lange gehen. Mit dem Zurücklaufen ist, glaube ich, Quatsch. Weil dann ist es zu kurz eher... Ich finde solche Level ja immer so ein bisschen... Nö, ich finde den Hammer, den Level. Echt? Ich finde den richtig gut. Mega asozial. Ist das ironisch? Nein, das ist kein Blöder-Rätsel-Shit. Das kommt wirklich nur auf Skill an. Das ist super. Schön auswendig lernen. Das ist genau das, was ich mag. Jetzt kannst du wieder von vorne anfangen. Ja, aber stell dir mal vor, wie geil es ist, wenn du es schaffst dann. Das ist ein bisschen wie Dark Souls dann auch. Ich glaube, das bleibt dann auch. Wir stellen uns vor. Ja, bei Dark Souls kriege ich ja wenigstens ein geiles Schwert oder eine Bossseele. Und eine Erektion. Und eine Erektion. Wann, warum schaffst du denn nicht mehr? Das ist zu ungeduldig. Du musst schon unter dem Ding quasi aufstehen. Ja, theoretisch würdest du wahrscheinlich jumpen und dich ducken können. Sehr gut. Ja, Fabian, der kann es halt einfach. Oh, shit. Well, sehr gut. Das tut mir leid. Oh, shit. Oh, shit. Oh, die Sachen. Okay, mit dem Fallschirm ist fair. Ja. Oh, das kann Fabian. Oh, sehr gut. Ja, das war Hammer. Wenn wir jetzt so bleiben. Easy win. Ja. Weiter hinten geht es nicht weiter. Ich habe noch mehr, aber noch mehr. Oh, ist schon mal da? Nee. Ich kenne das gar nicht. All right, all right, all right, all right. Wir haben 0-0 jetzt wieder. Also, ihr habt noch ungefähr eine Minute, um das Level zu schaffen. Sonst war alles umsonst, was ihr gemacht habt. Wenn wir 0-6 vorgespielen, ist auf jeden Fall zu Ende. Nö. Auf keinen Fall. Naja, sonst gewinnt der, der weiter war, ne? Wenn du jetzt damit anfängst, ist es voll true. Paul. So nehme ich, wie der Paul das sagt. Weiserne Faust der Regie. Ja, auf jeden Fall möchten wir das. So ist ungefähr 20 Minuten mehr. Lass dir Zeit fahren, wenn du rockst das. Brauche ich gar nicht, Paul. Wir brauchen irgendwas zum Draufhauen hier auf jeden Fall noch. Ich bin gleich so gekommen, oder nicht? Weiter zu. Hier ist ein Haukissen. Warte hier. Sehr gut. Fabian, jetzt warten. Da kommen jetzt die Flügelkissen. Kannst du den Ehefrau raus, den Fallschirm da reichen. Aber ich bin jetzt, ich bin super krass. Hurensöhne. Pure Hurensöhne, das Design. Mussten wir das wirklich verlängern? Was soll dieser Kack? Wir haben gerade das angefangen. Ich bin angepisst ohne Ende. Ja, jetzt weiß man, wie ich das in der Folge Nerdquiz zu machen. Das ging aber auch von ab, wenn man nichts weiß. Welches Sternzeichen hat der Predator? Hast du noch eine Frage? Schütze. Dann schröckert natürlich. Ja, das kommt drauf an. Der japanische Predator oder der von 1983? Auf der Rückseite der B-Seite der Blu-Ray-Laser-Dist. Fick dich! Ich dachte schon, schröckert wäre im Raum. Das war ja echt eine 1 zu 1-Signitation. 1 zu 1-Signitation. Hättest du die Augen zugemacht, hättest du direkt... Ja, du, weißt du, du müsstest halt mehr so... Ey, Schütz. Scheißabfeder, nicht geklappt. Ganz gut. Ey, Schütz. Ja, das ist doch dein Mal. Und dann auch so den Kopf so leicht nach hinten. Du fandst den gut. Den neuen Tarantino. Ey, Schütz. Du nicht? Nö, doch, doch. Es ist lustig, weil es war es. Eines in der Woche ohne Schreck-Imitation ist auch eine verlorene, oder? Er ist halt die einzige, die ich kann. Er spricht für einen starken Charakter vom Schreck wiederum. Fuck, das gibt's doch nicht. Timing, Timing. Weil ich wieder zu schnell gelaufen habe. Ja, warte, warte. Du musst mir mehr Tipps noch geben, Raffo. Ja, aber es läuft doch. Also, wenn ich dir jetzt da reinquatsch, ist das auch scheißen. Zeit. Ruhig, ruhig, ruhig. Du hast Zeit. Na, oh, fucking ja. Ich hab den Stacheln. Ich guck auf den unten, da komm ich nicht nach oben. The most uncommon way to die, and Gregor picks it. Ich, ich krieg das hin. Wäre geil, wenn es Navi gibt mit Schreckhardt, oder? Mit Schreckhardt-Zau. Hey, du. Oh, mal links, ne? Echt jetzt? Ja, wir meins. Ich würde lieber links fahren, aber gut. Einmal jetzt hier rüberkommen, der Hammer wäre. Gute Fekte-Stelle. Ich wollte mich von dem unteren auf den oberen, dann wieder und dann erst weiter. Zeitpunkt steht hier, ne? Einfach, um Gregor noch mehr bloßzustellen, oder? Mit deiner Schaustellung von noch mehr Skill. Warte, ruhig, Gregor. Bleib drauf, bleib auf'n Donut. Bleib auf'n Donut. Donut Duck. Da lacht der Fabian. Das ist ein kleiner, ehrlicher Lacher, über den Ärger hat er sich jetzt bestimmt. Ne, ich weiß nicht. Du meinst einmal echte Emotionen aus Fabian Korn. Aber er war auch schon mal hier, oder was? Wie macht er denn den Anfangspart mittlerweile? Ja, er stellt sich nicht total dumm an, aber... Aber ziemlich. Sehr gut. Wenn man es jetzt mit dir im direkten Vergleich sieht, ist es schon ein erbärmliches Bild. Komm. Checkpoint oder Ziel? Ey, jetzt wäre doch ein Checkpoint fair gewesen. Ich hätte den bestimmt sofort einsammeln müssen. Müsst es jetzt. Hä, was ist denn jetzt passiert? Oh, nein! Dieser Typ! Schwerelosigkeit oder was? Oh Gott. Oh Gott. Nein, da oben ist so ein Vieh drin, was das Ding... Aber ich hab das Sprungverhalten nicht gerafft. Ich hab die innere Kursen. Ja, das ist schwerelos. Ja, schwerelos ist dann... Oder diese... Aber es war trotzdem sehr... Ah, nein, das ist nicht jeder der Coolness! Ja, das ist auch so schön. Ich hab überhaupt nicht nachgedacht. Also, wenn da ist viel gewesen, wäre das geil. Ja, schon jetzt muss ich sagen, es ist mir dann auch ein bisschen zu trüber langsam. Naja, Checkpoint wäre fair gewesen. Aber die waren noch gar nicht bei der Röhrer, oder? Nee. Ja, schon dreimal. Echt? Ja, sicher das. Aber das heißt dann, dass... Jeder Versuch! Ja, ist doch Pippi. Das Level würde jetzt geskippt werden, nicht wahr? Guck mal hier. Also nicht die Röhre, wo der Panzer rauskommt, sondern... Ja, nein, nein, nein. Ich guck doch auch bei euch. Ich weiß doch, wie weit ihr wart. Labert mich doch nicht voll. Ihr wart dann noch nicht. Natürlich. Wart ihr schon im Wasserlevel? Ups. Okay, go. Jetzt zapfe die innere Coolness an. Ja, ja, ja. Wenn er auf den Pfeil kommt. Jetzt! Yes, Baby! Richtig gut, Fabian. Und? Yes, Gregor! Oh, guck da oben ist doch... Du musst nur noch den schaffen. Das war so knapp. Das war mega knapp. Kleiner Spoiler von unserer Seite, da geht's noch weiter. Das glaube ich aber nicht. So weit war die noch gar nicht. Leute, ey, ich bin so super gut in dem Spiel. In den Super Mario World. Kann man doch auch noch mehr. In dem Drachen? Rafa, was los? Ja, ich habe nichts. Kannst du nichts mehr, Mann. Das ist einfach auch ein hartes Brot, das Level. Wie viele Minuten spielen wir das denn jetzt schon? Ja, jetzt gleich. Ah, guck mal, jetzt ist hier... Noch eine Viertelstunde. Noch eine Viertelstunde jetzt? Ja, jetzt noch eine Viertelstunde. Okay, das ist der letzte Versuch jetzt bei Fabian und dann ist es vorbei. Ja, ist wie bei der Formel 1, wenn man die Runde angefangen hat. Ja, Moment mal. Ja, aber man muss die Runde... Die Runde spielt man ja noch zu Ende, oder? Ja, aber der stirbt doch gleich. Bin mir sicher, er schafft es jetzt. Ja, Lell. Alle Augenlasten auf dir, Fabian. Das macht mir gar nichts. Oh, schon verkackt. Hier habe ich es am häufigsten verkackt tatsächlich an der Stelle, weil der mich jetzt immer tot macht und das passiert mir wieder. Also waren wir jetzt zusammen beide, oder? Ja, die Donuts sind auch scheiße. Ähm, nicht. Nein. Es ist auch egal, weil nur fürs Schaffen gibt es einen Punkt. Level raus, lass uns das nie wieder spielen. Schade. Ja, wer hat das gemacht? Ähm, dann machen wir jetzt mit dem dritten weiter, der hier oben steht. Okay, buchstabier mal. Ja. P, G, F. Was? P, G, F. Paula Gustav Friedrich. Ja. Qualle 5 Friedrich. Johannes, Simon, Fabian. Ist aber auch inkonsequent. Stimmt. Also, wir haben hier die Infos. Weltrekord liegt bei 1,26. Easy peasy. Acht Prozent immerhin schaffend. Das ist doch schon mal deutlich höher als eben. Und das ist ein Rätsel-Level. Also, das ist sehr gut. Du hast die Power des Herrn. Genau, ich hab die Power des Herrn. Du hast den Skill gemeinsam. Ich bin schlau, aber nicht mir das auch nerven zu spielen. Ich bin auch mehr so ein Runner. Das ist korrekt. Also, ich hab auf Spielen gedrückt, ne? Ey, der hat auf Spielen gedrückt. Ja, müssen wir eine Pause machen gleich. Ja, ich auch. Und dann gleich bei der Endpause. Okay, ich warte noch drei Sekunden. Auf die Plätze. Fertig. Moment, 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 Moment mal. Los. Mach mal deinen Fuß bitte weg, Gregor. Entschuldige. Der andere Fuß. Ist schon vorne. Das war mega klug, Edel. What the hell just happened here? Ähm, ist ne Herange. Hallo, wie jetzt? Das ist alles verwehrtakt, das ist egal. Das ist das erste Level voll. Hey, es war hammer gut. Ich mochte das total gerne. Ja? Ja, noch zehn Minuten, Viertelstunde. Du kriegst ja nicht geschafft, glaub ich. Wenn ich den kaputt mache, oder? Du kennst ja den Code. Oh, ich schlüssel, ne? Genau, so durch. Wo ist ein Schlüssel? Ja, du kannst erst mal weiter gucken, dann wieder zurück, ne? Kannst neu starten. Oh, ich muss neu starten. Erreiche das Ziel ohne getroffen zu werden, ist die Bedingung. Musst aber wissen, wo der Key ist. Vielleicht ist der weiter rechts. Hier ist noch ne Funke. Oh ne, ich bin nur ganz kurz hier, deswegen, äh... So, warte, du guckst dich hier. Ja, so in etwa, der Michael Petrasco heißt. Nee, ich glaub nicht. Vielleicht musst du noch ein bisschen weiter gehen, oder? Es ist in einem der gelben Blöcke drin. Alter, das ist erschreckt. Kann man denn noch mal die Blöcke mit... Kannst du den noch mal in die Erde kommen, wo der dran befestigt ist? Das geht nicht? Ähm, ich glaube, es ist egal. Du solltest mal weiter gucken. Andy, du kannst den Arsch nicht machen, ne? Ich kann keinen so einen Stammvertrag machen. Achso, das geht nicht? Nee. Das ist ja ein Rätsel. Ja, aber ich denke, du wirst wahrscheinlich hier ein Schlüssel. Und schon kannst du nichts holen. Du kannst wieder von vorne anfangen. Wobei, du kannst auch erst mal gucken. Und checken. Was da wäre. Das ist Florentin. Okay, du hättest von unten... Schwierig. Check mal unten. Tini! Okay. Den kannst du wahrscheinlich hier reinwerfen zum anderen da drüben. Da oben ist nichts. Das ist eine rote Münze. Du hast Level nicht wirklich mal gespielt, Gehlt, oder? Ich hab nur einige kurz angeschaut und... Sowas kommt dann durch, ne? Ja. Passiert ab und zu mal. Das ist ja nicht schlimm. Hm. Wie kommt man denn da durch? Wir haben das... Äh... Wir haben beides dieses Level eben nicht geschafft. Ja. Okay. Das war aber auch ein... Ach, jetzt... Das war aber auch ein... Alter Schwede, ey. Das war aber auch ein 0,8... 0% Level. Ja. Aber da dachte ich so, das ist so ein Level extra für Gregor und Fabians Einstieg. Ich fand den ganz müllig. Ich hab's auch nicht so weit geschaut. Daniel Budiwein, was hast du hier? Oh, ich auch. Das Boboom-Level? Wahrscheinlich musst du auch... Oh, der Schlüssel kommt wahrscheinlich zustande, indem du alle fünf Münzen einsammelst. Deshalb zwei hast du schon. Egal, ich ignorier ihn. Ich glaube, dass du bist wieder im Hauptlevel. Wenn du runterfällst, kommst du... Ich glaub, die können mir gleich wieder, ja. Wenn sie möchten, können sie kurz im Hintergrund stehen. Das ist okay. Ja, ja. Ja, klar. Was denn? Ja, ja, ja. Oh, ich muss mal... Erstmal... Die Tür war ja hier unten. Aber wo ist denn jetzt die... Ach, hier, warte. Hey. Ey, Moritz, wenn ihr wollt, könnt ihr auch da reingehen. Das ist ja offen, ne? Ich hätte auch einfach... Das ist so stupid. Ich muss jetzt einfach in die Röhre gehen, damit alles wieder... Damit wieder alles... Ich denke immer noch, er müsste die Münzen einsammeln. Ich hoffe, hier komme ich rein. Okay, jetzt wird alles wieder klein und ich kann in die Tür gehen. Ach, es geht noch weiter. Ich habe jetzt gerade einen Checkpoint erreicht. Das ist der beste Tipp. Hä? Ups, direkt wieder reingegangen, oder? Ja. Ach ja. Okay, hier komme ich ins Werder. Das ist auch noch Ding, da kannst du nicht viel machen. Aber es war vorbei. Das ist, um dich zu erschrecken. Ich bräuchte manchmal so ein Kleber in meinem Leben, der einfach daneben sitzt. Ich muss nur das... Das will ich nur erschrecken. Ignorier das, konntest du nicht aufs Gesicht. Das Ganze nicht dann kommentiert. Ah, aber ich fahre so jetzt nicht. Kann man nicht mieten, Rego. Ignorier das, ignorier das. Am besten kommentiert du nur die Fehler in deinem Leben. Oh, das war schlecht, kann man wie gemacht. Ach, das ist doch zum Kotzen so ein Scheiß hier. Wirklich, dieses Shirt, wirklich. Wie läuft es bei euch da drüben? Super. Ja, warte mal. Also, ich sehe... Eddie wird gerade waren. Beendet es mit deiner Nase. Beendet es mit deiner Nase. Das machen wir nicht. Das sind ja faire Sprechen. Wir haben es übrigens, ne? Von Hause. Oh, was? Serious? Oh, das ist schon passiert. Ich habe gar nicht gesehen. Ach, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ernsthaft. Sehr schön. Aber gut gemacht, Eddie. Ich verschwinde kurz. Lame. Mega lame. Wie habt ihr das denn hingekriegt, ey? Naja. Aber ohne... Naja. Du musst es nicht nur hier haben, sondern auch hier. Ohne betroffen zu werden. Ähm, ja. Welches ist es denn? Wer ist denn jetzt? Seid ihr auch bei uns im Team? Oder was? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr mich im Team haben willst. Wir sind unser Streichstift. Für mich wäre das eine Ehre. Ich würde das auch. Wir sind Team. Okay, gerne. Gregor, ist bei dir ein Stift? Wie heißt denn unser Team? Unser Team heißt... Wie heißt unser Team? Luigi. Team Sieger. Ihr seid, glaube ich, das... Weil, wir haben ja Luigi. Hier ist aber auch Schokolade, ne? Ich hab keine Ahnung. Hier ist schon. Okay. Wie lautet der Code? Ist das nicht so? L-C-B? Den habt ihr gespielt? Den haben wir schon gespielt. L-C-B? Wie? L-C-B? Ja? L-C-B? Schaut auf an die L-C-B-Kommunie. Oder haben wir das gerade gemacht? Ach, wir haben gerade das gemacht. Die Dungeon-Crawler hatten die vorhin schon gemacht. Dann haben sie das da drüber wahrscheinlich auch gemacht. Nimm den da drunter. Dann machen wir den. Mit sechs. Okay. Was? Nochmal, sechs, J-Zwo. Sechs. J-Zwo. Ich weiß. So ein Kratz ab, wenn man irgendwas geht. Das würde blind von. Q-F-Sieben. Sag ich immer. Sieben M-G. Ben, möchtest du jetzt mal? Sieben M-G. M. Rafa hat das super gemacht, ja. Das ist okay. Du kannst mich schon nochmal ne Runde. L-M, ach du mal. Wir starten jetzt gleichzeitig und wer als erstes abschließt, gewinnt. Was sagst du? Du hast zehn Minuten Zeit? Also beide Teams hast zehn Minuten Zeit. Aber Eddie, du musst motivierend auf mich einsehen. Ich werde dich motivieren. Auch so in mein Wasser. Das ist mein Brot. Das wird dir konstruktiv. Okay, also nicht so ein, ah, du bist schlecht, du bist minderwertig, raus hier, sondern positiv. Positiv. Nee, das ist eine kleine Blumen. Aber eigentlich, da arbeite ich mich hoch meistens. Das ist doch egal. Positivität. Hier siehst du schon mal die Statistiken. Also, ähm, 15% schaffen dieses Level. Das ist bislang der beste. Das ist ein bisschen Rest. 85% Sterne. Und 46 Sekunden ist das machbar, weil das ist nicht der Weltrekord. Seid ihr bereit? Hm. Drei. Gegen den Spiel ich denn? Gegen Bensen. Ja, okay. So. Hallo. Okay. Ah, ne? Auf die Plätze. Äh, Plätze. Auf die Plätze. Fertig. Los! Okay. Schau mal, ich glaube, jetzt liegen wir noch vorne. Eine Sekunde sind wir ungefähr vor. Das ist wichtig. Jede Millisekunde zählt hier. Wir sind übrigens Team Luigi. Sind wir Team Smooth? Die Zeit waren 48 Sekunden oder so. S-E-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Kann man hier rutschen? Nein, eigentlich nicht. Okay, danke. Wow. Jetzt falls das extra nicht machen. Eine Minute würde ich sagen, das ist ein realistisches... Rutschen. Rutschen. Das war super, Florentin. Moment. Das war ein richtig guter erster Versuch. Hauptsache wir lernen aus dem Zenfeder. Achso, du kannst doch so nach vorne springen, ne? Achso, aber da ist nix. Toll! Er war noch besser als der davor. Braucht' ich die Biene da? Du musst ein bisschen aufpassen, dass ich den Sarkasmus umstelle. Ah, okay, shit. Ähm... Guck mal, da oben. Okay, ich konzentriere mich. Heute, Leute, ne? 20.35 Uhr, Filmfight! Oder soll ich auf den Block und dann vom Block springen? Ich würd auch vor allen Dingen einfach mal versuchen, nicht in die Goombas da reinzurennen. Als erstes. Alles andere sieht man dann. Mal gucken, da oben sind Wolken. Guck, ob du da vielleicht nen Filz... Ja! Wolkenkuckucksheim. Sobald die Wolken da wahrscheinlich hier ablenken sind, wenn wir vorstellen. Mhm. Mhm. Also du kannst auch jederzeit sagen, jemand anders soll ich spielen. Das ist nicht die Rolle des Motivationscoaches. Ich hab das in meinem Level gemacht da so. Nein, doch, weil ähm... Der war scheiße. Das ist einfach wirklich so. Weißt du auch von wem? Ich weiß nicht, aber ich verfluche seine Familie. Oder ihre. Chad, sag mir mal, Base-Level von wem Gregor das gespielt hat. Du kannst nen Stampfer machen, damit die ähm... Genau. Das weiß er doch. Von Mr. Meese fielst du ja gut. Das ist kein Wunder, ist das Quatsch-Level. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ohhhh... Immer die Spannung halt. Wie gut Mario kennt's aber manchmal die Spannung halt. Es sind in den Fragezeichen hilfreiche Gegebenen. Ich kenn mir, dass wir das immer zu schnell machen. Das sind aber auch manchmal Fallen. Oder Fragen. Genau. Denk dran, die Botlane in der Mose. Fragen, Fragen. Fragen aus der Community. Wie heißt der Glui? Oder Leo? Ja. Und heißt der Walugi oder Waluigi? Das ist von Mario und Oskar Lafontaine. Ist ja klar. Was ist das denn für ein scheiß Fragezeichen in dem Berg? Du kannst die auch von oben aktivieren. Die Fragezeichen. Wenn du schon drauf. Aber es ist auch... Ich nehm den langen Weg. Ah, okay. Verstehe. Weil wenn du groß bist, kannst du zweimal getroffen werden. Da sind halt überall keine Blumen drin. Schieß mal die Schildkröte da über die Stacheln. Oder? Das hab ich nicht hingeguckt. Das ist doch bestimmt super. Aufs Wesentliche ist wieder auf die Stacheln jetzt. Stark. Okay. Aber ich komm ein bisschen weiter. Zwei Schritte nach vorne. Drei Schritte nach hinten. Das ist so ein bisschen mein Credo. Ben ist auch richtig schlecht. Also insofern würde er als geduldiger. Da ist kein Druck. Das ist nicht meine Stärke. Das ist ja nicht besonders gut ist, Mario. Was meinst du mit auch schlecht? Also als Mensch schon? Und in Mario. Biene? Biene irgendwas? Ja. Ich glaube, du solltest auf sie rausspringen können. Oder man muss sie vielleicht sogar als Sprungbrett benutzen. Uuuup. Ah. Ach so, die Wolken haben immer denselben Abstand, oder wie? Ja, versuch mal. Ja, das ist halt klappt. So. Jetzt hast du's. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Das ist das Wichtigste, dass man auch seinen Fehler lernt. Puh. Puh. Kannst auch runterrutschen, ne? Wenn du runterdrückst auf den Hügeln. Und dann mit deinem Popo weg. Genau. Und da hast du noch diese Möglichkeit mit den Lern und Ertas hier noch so ein bisschen Schwung zu geben. Wahrscheinlich mit Kills, oder? Ne, ein extra Leben, das total egal ist. Für unsere Zwecke. Ja. Aber da auf den... Jetzt war das... Jetzt schön warten. Genau, da kannst du langsam schweben. So. Ich mach jetzt hier den Schwebegittel. Sehr gut. So. Ich hab noch mal... Und Stampf. Und dann jetzt... Aber... Und dann runterkriegst bei dem. Ah, sehr gut. Oh! War release! Das hat niemand von uns erwartet. Wenn man sich nicht ganz sicher sein kann, ob der... Der tödlich ist oder nicht. Wir haben eh nur noch 30 Sekunden. Also es ist relativ sicher. Ne, ne. Fünf Minuten. Ja. Wir sind aber jetzt bei fünf Minuten. Ne, zehn. Zehn wirklich? Für so'n Käse? Äh, stampfen. Nach unten. Alter, okay. Stark Florentin. Okay. Das war stark. So, unten in die Glashöhe gleich. Oder muss ich auf die Fragezeichen? Ne, ne, ne. Ne, ne. Unten auf den... Na, ha, ha, ha. Auf die gelben. Und in die... Was? Ja, die sind timingmäßig. Ah, okay, okay, okay. Aber das wusste ich nicht. Die wechseln von alleine. Das passt schon. In welcher Zeit kann man den Level machen? 47 Sekunden? Das stand eins. Eine Minute, irgendwas oder so? Ne, 48 Sekunden stand doch da, oder? Ja, das ist ja nicht mehr lang wahrscheinlich. Sehr gut. Warum machst du denn das? Um ein bisschen Zeit zu führen. Ist ja ein langes Programm. So, warte, 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 jetzt. Und jetzt die Röhre. Aber time, time, time. Ja, genau. Okay, das ist... Oh, okay, das ist... Oh, das ist wirklich fies. Haben die mich hochgeschossen? Oder war ich das? Der ändert die Röhren. Der ändert die Röhren. Macht er das? Der Schalter. Ach so, auf on, oder was? Den Schalter... Jetzt siehst du? Und jetzt muss ich wieder zurück, oder wie? Jetzt kannst du da oben draufklettern. Ah! Okay, wieder rein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber jetzt hab ich's geändert. Oh, warte, nimm das Ding, nimm das Ding, nimm das Ding. Bring das was? Nein, du musst den Panzer nehmen. Nimm den mit. Und dann runter, oder was? Oder hoch? Wohin? Äh, hoch. Aber da kommen Stacheln oder was? Ich glaub, hoch geht das nicht. Ich hab die Stacheln ausgeschaltet. Du hast die Stacheln ausgestellt. Bei Rot hast du sie ausgestellt. Ja. Aber da waren wir schon gewesen. Ich glaub, da kommst du gar nicht durch. Ja, aber du musst den Panzer mitnehmen, glaub ich. Naja, das passt. Aber sind die Gelben auch ausgeschaltet? Oh Mann! Du hast die Roten aus. Jetzt nach links. Genau. Super. Super, super. Nimm den mit, nimm den mit. Ah, okay. Und jetzt schieß ich da jetzt durch, 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 durch! Oh nein! Oh nein! Ey, nicht schmulen! Was sollen wir? Nach unten durch, oder was? Ah, okay. Aber jetzt haben wir's doch. Jetzt haben wir's. Schmulen. Schmulen alle. Ja, wobei, aber da unten ist doch auch ein Schiff. Warum kann man den nicht da einfach wegnehmen? Hä? Wer tut das denn? Das ist ja für alle zu sehen. Schau. Wie stehst du denn eigentlich? Jetzt. 1.04. Äh, 1.04. Pass auf. Ja, ich kann... Ja, sehr gut. Alter! Dumme Fickröhre! Ich mach's so schnell. Die dumme Fickröhre. Ah, shit, ich muss den einen abwarten. Ich bin zu schnell. Mittlerweile bin ich zu schnell, Eddy. Ich bin zu gut und zu schnell. Du musst Geduld haben, Florentin. Geduld. Dann kannst du die Pyramide geben. Sanft, dann liegt das. Dann ist alles vorbei. Gewonnen. Dann ist gegen jeden Fall. Und der Schampus kommt. Ach! Guck mal, deswegen. Genau, deswegen trau ich den nicht. Deswegen niemals die Fragezeichen benutzen. Nee, wirklich? Ich bin ja Luigi, oder nicht? Ich habe was grün im Arm. Das ist korrekt. Aber manchmal klappt das manchmal gar nicht. Die sind ja Geschwister. Meinst du, es gab mal so einen Tag, wo die aus Gag, einfach nur aus Gag T-Shirts vertauschten? Ja, wahrscheinlich. Oder einfach gesagt, ich bin Mario. Und dabei warst du EG. Ja, das kann gut sein. Einmal so ein Fun-Day bei den Marios. Ey, Gregor, wie Nerd-Quiz-Frage. Wie heißt denn eigentlich Mario mit Nachnamen? Mario Mario. Ach, das ist doch Labe. Niemand heißt Mario Mario. Doch. Luigi Mario. Das war zehnmal Asphalt, glaube ich. Aber natürlich nur nach dem Film. Laut offiziell haben die keinen Nachnamen. Das ist sowas wie Madonna. Mhm. Oder Florentin. Sehr gut. Seelenruhig. So, ausmachen jetzt. Ausmachen! Ja. Egal, scheiß auf den Panzer. Nee, aber den Panzer müssen wir unten durch. Vielleicht brauchst du den gar nicht unten durch. Oh, fuck, die sind in der Tür drin. Ja, weil die Stacheln noch da sind. Hier sind ja die roten Stacheln. Sorry, ich will unser Team nicht runterziehen. Ah, shit. Shit, haben wir ab. Oh Gott. Wir haben noch eine Minute, oder? Aber die schaffen es nicht in der Minute. Sorry, das war nicht hin. Wir haben gerade gedacht. Wir haben noch dieses Ding dabei. Oh, fucking hell. In der Minute kriegen sie es nicht hin. Doch, das schaffen wir in der Minute. Okay! Yes! Yes! Die kriegen es nicht hin. Das ist super. Aber wir haben schon den Rücksitzpunkt. Das schaffen wir nicht. Wie lange haben wir noch? Drei Minuten oder so? Oh, nee. Gar kein Zeitgefühl. Das ist der letzte Versuch, Florentin. Aber das will ich... Mann, diese dumme Biene, ey. Das meine ich motivierend. Wie soll ich das denn machen? Einen Versuch hast du noch. Ja. Checkpoint ist ja eigentlich halber Punkt. Nach 30 Sekunden gleich. Okay, dann mach ich noch einen schnellen. Damit können wir noch was nochmal. So sind die Regeln. Ja. Quatsch. Warten Sie. Oh Mann, boom! Ist die Zeit vorbei, ist die Zeit vorbei. Meintest du jetzt das Spiel oder Ben, Fabian? Es waren wenige, aber es haben wir auch nicht so viel probiert bisher. Ich glaub irgendwie 10 Prozent von 18 oder so. Du darfst diesen Versuch zu Ende machen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Also stirb einfach nicht. Du hast dann meistens die Mutter vom Levelersteller oder so. Also das zählt nicht viel. Uh, unziegbar! Go, go, go! Es tut mir leid, ich bin die Schande. Ich bin die Schande unseres Spiels. Du darfst noch 10 Sekunden retten. Ende spielen darf man noch, oder? Nein, nein, nein! Was, das ist doch Quatsch. Da wollen wir nicht zu Ende spielen. Klar, okay, das ist super. Super YOLO. Das ist doch Dreck. Ja, nice. Keine Ahnung, was da unten ist? Du hast aber keinen Pils, geh da nicht rein. Du kannst die Dinger nicht kaputt machen. Achso. Ja. Und dann? Auch hier links lang wahrscheinlich. Ja, geh mal links. Oder rechts? Reicht nicht links. Dass die verfolgen einen, ne? Ja. Okay. Die kann man zwar zum kaputt machen, oder? Kann ich runter und springen? Ja, kannst du. Nee. Das sieht noch relativ anspruchsvoll aus. Ja, das sieht aus, dass wir das Level noch 2 Stunden gehen. Warum schickt man dann sowas ein? Das wird ja gar nicht mehr auf, das Level. Ja, da unten ist. Ich glaub, da stirbst du jetzt, wenn du runter gehst. Wie will man das denn in der Nacht für sich denn unten schaffen? Das sind alles Level außen vor. Achso, guck mal da. Ja, so gemeint wie die sind, kann ich mir das echt gut vorstellen. Oh, Gregor. Ja, wie soll das gehen? Ja, um ganz zu Merz, warum? Weiß nicht. Vielleicht kann ich nicht dafür, dass die so ein Tag oder zwei da dran sind und so ein Käse daraus kommen. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee, ne? Nee. Achso, man sieht ja wahrscheinlich nur, dass man da drückkommt. Ja, du brauchst. Das wird nur den sein, irgendwie. Ja. Oh. Das geht noch ein Stück. Hinterher. Bringt jetzt auch nichts weiter. Das war ein Fehler. Vor allem, was ist denn da oben? Ja. Okay, jetzt bist du. Aber danke, dass du mir gerade gesagt hast, dass es ein Fehler ist. Okay, ich weiß, dass es ein Fehler ist. Das können wir vergessen. Ja. Nein, meine Frau. Gregor ist auf Krawall aus. Okay, vorbei. Wir haben noch kein Level geschafft in dieser Runde. Mein Level wurde aber von 10, 20, 60.000 Leuten gespielt. Ja, exakt. Ja, exakt. Ich hätte gern... Was nehmen wir denn jetzt? Ich glaube, ich kann besser von... Ja, warte doch mal. Ja, gib doch mal einen. Sag doch mal. Du musst es nur einmal machen. Ja, sag doch mal. Ja, B. Jetzt wieder A. Hm. So. S, 2, D. Wenn du möchtest. Steht da, dass es leicht ist? Ja. Gehen wir kurz an die Frage. F, 5, 2. Was denn? Ja, ebenfalls. Faires Spiel. Fair vor allem. 7 QF. Okay, 20 Sekunden ist hier der Rekord. Aber es haben nur 7% geschafft. Nee. Also, bei Go. Okay, Achtung. 3, 2, 1, Go. Können wir nicht einfach mal normale Super Mario Level spielen? Ist doch normal. Nee. Ja. Ah, von Bären. Bärens. Von der bärtigen Frau. Von Bärens. Ich hab keine Mikroidee. Oh. Ah, mal der Klassiker. Eddie, du musst die Fragezeichenboxen aktivieren. Ich mach mal so. Ja, danke. Ich mach das Mikrofonstativ. Danke. Ah! Fuck! Okay. Oh, da ist noch nie jemand gestorben. Schade. Wir haben aber erst zwei Leute gespielt. Wirklich? Okay, sehr gut jeder. Lauf einfach. Cool. Wow. Das ist immer ein guter Tipp. Ja. Eddie auch tot? Ja, eigentlich. Nein, Eddie ist nicht tot. Probier sonst mal die obere Route auf den Dingern drauf. Wenn du mal den Pilz hast. Der Pilz war schon sehr gut. Ach shit, den hab ich. Na gut, naja, immerhin. Okay, ja. Wow. Muss ich das 10 Minuten spielen? Ja. Oh Gott. Du kannst auch abgeben. Jetzt schon. Vielleicht hast du kurz Feuer alarmiert. Holy shit. Ich mag es geistern. Ich war schon im Notfall. Mein armes Auto. Wow. Ach, das ist doch... Versuch mal. Ne, versuch mal nicht. Ne, ich dachte vielleicht... Eddie bist super, du bist weiter als die anderen. Ja doch, das probier ich. Weiß nicht, ob das viel einfacher ist. Bescheid. Aber das probier ich gleich mal. Willst du einen holen? Willst du einen holen? Ja! Sehr gut. Wenn du getroffen bist, renn einfach weiter. Stimmt, dann bin ich ja gerade kurz. Dann ist es ein Mikrofon. Wow. Jetzt kannst du ein Stand-Up machen, Eddie. Endlich. Da ist die Stand-Up-Stelle. Oder ist es eine Schachfigur? Das ist ein Bowser Junior. Ich glaub, du hast nicht genug Platz, um Anlauf zu machen. Das hab ich auch grad festgestellt. Oder wenn du ganz nach außen gehst, soll das eventuell funktionieren. Also ein Minispiel. Und du musst dir da Fragen antworten. Dreh der sich genau in dem Moment um. Ducken, ducken. Ach, ducken erst. Ja, egal. Weiter. Legt der auch deine Beine ab? Ha? Legt der auch deine Beine ab? Oh, sehr gut. Ja? Aber anderen Leuten... Och Mensch! Die kannst du nicht... Nein! Alle, die... Ja, wirklich? Geh auf den ersten drauf. Fahrkarte, bitte. Und dann springst du einfach... Meinerweise ja nur Hände. Aber im Sommer... Jetzt grünen wir gerade. Wieso? Ja, weil der gerade kam. Achso. Du kannst jetzt auch direkt reiten. Nee, ich lieber geduldig. Ja, aber das dauert immer eh. Sehr gut. Ja, jetzt... Natürlich nicht. Was machst du denn da machen? Das ist egal. Aber genau so. Ja. Weil drüber rennen... Stell dich ganz nach außen links. Wie weit ist Eddy? Ja, der ist jetzt auch gleich wieder tot. Nicht drüber hängen. Ja, was denn? Noch acht Minuten? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Noch acht Minuten eigentlich. Ja. Let's Durbe. Doch, da sind schon... Ey, die mit der Geduld. Da ist schon das Bowser-Feuer. Genau, Geduld ist perfekt hier, Eder. Ey, die ruht in sich wie ein Stein. Wie ein Stein im Meer. Mhm. Ein Stein am Grund des Meeres. Sehr gut. Ja, ganz leicht... Sauf. Kleiner Sprung. Auf den... Panzerport. Na schön. Oh, Alter. Die Johnny stehen wieder auf. Ah, aber es wäre fast gut gegangen. Das schaffst du. Das ist easy. Da bist du gleich fertig. Gleich kommt der Bowser. Du sollst rüberspringen. Okay. Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Lieber ihn nicht berühren. Äh, was war ich denn jetzt? Wenn du vielleicht, wenn du vielleicht ganz hin bist, bewegt sich der vielleicht von alleine weiter? Ey, Glückwunsch Fabian. Okay, bewegst du den? Wir haben Erfahrung gesucht. Genau so. Okay. Dann habe ich irgendwo einen Schlüssel verpasst. Vielleicht der Schlüssel in einem der Blöcke. Oh, wirklich? Oder ein versteckter Block mit dem Schlüssel. Was noch gemeiner wäre. Ja, aber der verliert gerade jemals. Wenn du den Pilz hast, brennst du einfach ganz schnell weg. Oder wenn du sämtliche Blöcke leerst? Ja, sowas kannst du leider wirklich damit reintun, ja. Als Bedingung. Weil es egal genug getroffen ist, weil die da hinten dran eine Feuerflüge ist. Ah. Feuerflüge. Oh, siehst du. Guck mal, was da oben für ein Gelombes ist. Was? Es kann sein, dass irgendwo so ein versteckter Block ist, wo du dann mit einer Pflanze hochkommst. Dieser spielt sonst nur mit Lenkrad. Einfach so. So sieht's halt bei dieser Anteil im Mund. Sollen wir jetzt weiter? Ja! Hammer! Oh, ist der groß, wenn der groß ist, ne? Viel größer als auch schon. Jeder verkneift sich. Also wir haben am Anfang da oben irgendwas gesehen. Okay, verstehe. Eventuell ist hier wirklich so ein versteckter Block nochmal. Jetzt mit Ruh... Ah! Ganz entspannt. Ne? Ich mach das jetzt ganz ruhig. Easy. Jetzt. Okay, ganz ruhig. Jetzt. Step by Step. Ja, alles okay, Eddie. Ich mein, es sind ja nur 80 Sprünge. Du, ich hab das Niveau so weit runtergezogen, dass du dich da völlig angenehm darin bewegen kannst. Oh! Nein! Und? Wie weit sind die da drüben? Ja, am Anfang. Am Anfang? Nee, der hat ja so einen Feuerbuch. Die sind schnell, die Pilze, oder? Okay, vielleicht soll das nicht. Du musst das nicht echt ranhalten. Vielleicht ist es hier oben. Doch, die sind am Anfang. Ja? Achso, er ist nicht da. Unsichtbar einen Block zu finden, das wäre ja ein bisschen sehr assi. Es ist aber sehr assi, was passiert. Aber das hat ja mit Leveldesign nichts zu tun. Schade. Da kann man sterben. Da kann man so faire Level wie ich bauen. Ich hab den Besten gemacht auf jeden Fall. Vielleicht muss man alle Münzen aktivieren? Gibt's sowas? Mhm. Das ist eine bestimmte Anzahl. Du bist manchmal einsamer, aber ich glaube nicht. Das ist eine Feuerblume. Wieso ist der denn krön? Was bringt mir die Feuerblume? Vielleicht... Ah, du kannst den Bowser killen. Kannst den Bowser damit killen. Jetzt kannst du auch reden. Ja. Du arbeitest doch in der Broadcast-Technik. Wow. Okay, das... Hast du das irgendwann mal auf der Retro-Konsole gespielt? Das erste jetzt? Ja, NES? Ja, aber... Ja, das schon, aber nicht viel NES. Boah, war da mal zwei? Ich hab die Münze hier. Jetzt kann ich schon aufgeben, oder was? Start noch am besten. Ja, vielleicht... Kann man den Bowser auch so besiegen? Und drauf springen oder so? Drauf springen ging schwierig. Ich glaube, du hast doch hier auch keine... ...keinen Kufer oder so, mit dem du ihn bewerfen kannst. Über der Tür ist ein Block, sagen sie im Chat. Ja, wenn man da mal rauskommt, das ist keine statische... Ja. Ja. Ja, aber Eddie ist... Das ist tatsächlich auch zum ersten Mal. Wow. Schau. Es lieb, dass du noch so viel Geduld mit mir hast. Schade. Innerlich sieht's bei mir ganz anders aus. Ja, dieser, du kannst am Anfang gleich aus dem rechten Fragezeichen dir so eine Schildkröte rausholen und die alle weghauen damit, ne? Gute Idee, wo hat die denn hier? Ja. Aber es ist nur weil Fabian betrügt, deshalb weiß er das. Wir sitzen direkt nebeneinander. Ach, das ist jetzt hier ein Betrug. Ja, okay. Deine Augen sitzen nicht direkt nebeneinander. Du nimmst den Panzer von ganz von vorne mit. Du kannst ihn nicht bei Mario 1 mitnehmen. Kannst du nur kicken. Ja, das... Oder du wartet einfach... Du, das kostet überhaupt keine Zeit, Eddie, das ist kein Problem. Komm, wir haben die 7-Minuten-Marke, das ist machbar. Die große Schwierigkeit wird's ja sein, all diese Sprüche bis 5 zu vergessen, Florian. Ja. Oh, das war ein richtig guter Tipp, Fabian, danke. Ich bin froh, dass du mich darauf gebracht hast. Bei denen, Eddie, kann man mehrfach springen, ne? Dann kommt noch mehr Münzen raus. Wieso habt ihr ne gelbe, äh, ne weiße... Weil er, äh, Luigi ist. Ach so. Die Feuerblume war da hinten. Sieht der schon die ganze Zeit so aus? Ja. Die Feuerblume? Ja, die war da hinten. Du kannst einfach... Du kannst einfach... Du kannst über die Dinger rennen. Über den Kugeln will ich vielleicht springen, wenn du es da drauf schaust. Du musst nicht springen. Ein bisschen anlaufen, mal sehen. Wo soll ich den Anlauf hernehmen? Auf den Ding, ein bisschen von links nach rechts. Oh, nicht schon wieder! Okay. So gute Blume kriegst du trotzdem. Ja. Oh, das war's! Kugel Willi? Was? Kugel Willi heißt der? Der ist Kugel. Seine Mutter mocht den nicht und dann den Willi. Machst du dumm. Und dann rennst du durch. Wie heißt denn der, der einen bei Mario Kart auf die Strecke wiederholt? Arschloch. Das ist Lakitu, ja. Lakitu. Ja, Lakitu. Mit nem U. Lakitu. Fick dich! Normalerweise Kameramann, aber da ist er Boxen. Nebenjob. Wieneslohn. Das ist mein Job. Ja, du kannst im Pilze Wunderland kannst du mit einem Job nie auskommen. Ja. Da müsste man ein Spiel drüber geben, über die sozialen Brennpunkte im Königreich. Brennpunkte gibt's halt. Das ist so dumm. Und bei den Laberhöhlen, ne? Also ich... Ja. Mann, das ist doch... Mann! Ist das schlecht? Ah! 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 Aber hier- Ah, nee! Hier- Jetzt nicht. Ah! Weihihihi. Ah! Aber die Skelette heißen Knochen trocken, ne? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die nur Knochen trocken heißen oder nichts extra. Kannst du für Mario-Kart? Du weißt ja auch nicht mehr, was vorher über den Skeletten war. Weil warum hat der Panzer auch ein Skelett, ne? Der müsste auch eigentlich irgendwie aus Hornhaut sein oder so. Ja. Oder aus der Tür draufstehst, ja. Den musst du hier... Nein! Das ist schlimm. Das klingt doch groß. Das ist doch eigentlich fast leichter ohne Pilze, ne? Hast du die Feuerwehr, oder? Nicht du musst. Natürlich kannst du die ersten fünf hier auch drüber rennen, ne? Wenn du das richtig timest. Wirklich? Naja, aber du musst mal schnell sein. Ja, das ist schon richtiger so. Du musst schnell sein. Du musst mal schnell sein. Sehr gut, zwar auf einmal... Da muss man den Controller rechnen. Wie bei so einem Hundedressur, wo du da sitzt und so... Nee, da muss es schnell sein für... Hat's immer Schwierigkeiten mit den Kleinen. Hey, guck mal, wie gut ich jetzt gespürt habe. Vielleicht schaffst du es jetzt noch. Du hast noch zehn Sekunden. Also du hast den Versuch auf jeden Fall noch, ne? Du hast noch zehn Sekunden. Ja, eben. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das Problem ist, bei Fabian immer alles anpassen. Der Versuch ist safe. Das Problem ist, du kommst jetzt durch Baus und los. Oh, den Schlüssel. Ja, wo ist der Schlüssel? Das hab ich vorhin noch schon mal... Einfach rüberhüpfen. Aber ebenso, wir hatten den... Guck mal, da musst du drauf. Kannst du den wegfahren? Schieß ihn ab! Ja. Ah, shit! Okay. Okay, ja, das war's jetzt. Jetzt werd am besten total panisch. Oh, fuck! Oh, oh! Shit! Geh nach links, geh nach links. Okay, bitte, 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 bitte. Okay, runter, runter, runter. Nein! Oh, shit! Oh, shit! Oh, fuck! Yes! Oh, wie geil ist das? Ja, aber Eddie wird jetzt auf jeden Fall auch noch irgendwie runterfallen. Wo ist die Feuerblume? Hier! Und da ist der, der ist direkt daneben. Nein, nein! Oh, shit! Oh, shit! Sehr gut. Oh, shit! Eddie, wir waren beide gleich schlecht. Das war mir knapp. Darf ich nochmal? Ja, du darfst. Okay, jetzt dann. Oh ja, gerne. Ich seh von da hinten nicht so gut. Ich hatte Angst, dass du noch ein Level startest. Na gut, na gut. Ich hatte Angst, dass du noch ein Level startest. 6,2, 3, ist ja Quatsch. Oh, Kreber kriegt den Hand. Okay. Wir machen jetzt. Haben wir die? Bereit? Ja. DM6. DM6. LD7. Was? LD7. LD7. D. Sag doch D statt W. M, 2, G. Also mit G meine ich G. G, wie geil. Okay, jetzt also wieder Gregor gegen Fabian. Okay. Ja. Das ist ja eine alte Blutfehle. Ja, definitiv. In einem kurzen und knackigen Level. Wir brauchen ein Level. Genau. Weltrekord, 16 Sekunden, Leute. Richtig, ja. Guck mal, first try, ne? Hat das jemand schon geschafft? Von Stippe hier. Klar, ich hab keine Ahnung. Ich kenn die alle nicht. Kurz und knackig auf jeden Fall. Wir sind hier im Studio. Oh Gott, ja. First try. Ja, Gregor einfach souverän. Der hat alles schon gesehen. Klasse, ey. Fabian, echt. Ach Gott. Solide Leistung hier und Controller. Fabian Kölfer. Entschuldigung. Wow. Davon lässt du dich gar nicht ablenken. Eddie, das finde ich gut. Äh, Fabian. Tini, bitte. Du hast einen Checkpoint gewählt. Den brauchen wir nicht. Ich hab das Gefühl, ich kann Gregor nur runterziehen. Okay, halber Punkt haben wir schon, safe. Die Regel führe ich jetzt einfach ein, ne? Ah, okay. So ein bisschen wie beim Zahnarzt. Oder? Ja. Nur schlimmer. Die Körperhaltung. Nice. Ähm, Ende. Ich hab's. Hammer. Warst du wirklich? Ja. What? Dieser Typ. Oh, oh. Oh, das nächste ist ein Zweispieler. Was soll denn das? Also ein Punkt für uns. Äh, jetzt kommt ein Zweispieler-Level, den wir machen. Ja, das ergibt doch keinen Sinn, dass da ein Zweispieler-Level kommt. Das kannst du doch nicht machen. Okay. Damit führen wir. Das war der zweite Punkt, der überhaupt erst erspielt wurde? Äh, seitdem. Seitdem. Ich mach dir das schon. Ich mach dir das schon. Sonst mach du doch das Level noch. Seitdem die Teams gewechselt wurden. Aber das ist ja, das wird nachher auf jeden Fall gehen, oder? Ja, komm mal jetzt nochmal. Du, Gregor. Ja. Das stimmt, ja. Achso, du musst das machen. Du bist Spiel 1. Ich frage, ziehe ich dich runter oder ziehst du mich hoch? Willst du noch hier vorne, Ben? Wir ziehen uns beide nach oben. Nee, ich ist das gar nicht hier. Wenn einer stirbt, kann der Andrin, da kommst du mit einer kleinen Blase zurück und ich kann dich wieder ins Leben bringen. Achso, genau. Wir müssen jetzt irgendwie nicht anlotsen. Wenn du B, falls du stirbst, genau. Und falls ich sterbe, kannst du das bei mir. Solange wir beide nicht gleichzeitig sterben, ist alles gut. Wollen wir dann ein Code-Wort irgendwie ausmachen, dass wir so wissen, wann wir das machen müssen? Das ist nicht traurig, wenn Gregor bist du einfach nicht schlechter als Fabian. Ich kann schon im Chat gewesen. Haben wir einen Code? Äh, Fabian, du hast das Ding? Da vorne, glaub ich, vor deinen Füßen liegt das. Nee, Fabian. Der ist gar nicht verneckt, oder? Äh, doch. BQ8. BQ8. Achso. Ist schon verbunden. BQ8. LXB. KWF. So, bevor wir starten, nochmal checken, ob wirklich die Controller zusammen sind oder nicht. Drück mal L und R gleichzeitig drücken. Okay, auch selbst wenn man... Jetzt bist du connected. Ups, ja, Raze. Ah, jetzt leuchten zwei Lampen. Aber wie macht man das denn jetzt? Okay, und ich bin... Okay, ja, wie macht man denn jetzt das mal zwei Stuhl? Ja, aber... Achso, das weiß ich nicht. Das weiß ich nämlich auch nicht, weil... Einfach ausprobieren, oder? Ah, runterladen, genau, runterladen. Runterladen und dann über Speicherbord wieder. Ah, okay. Immer so kompliziert. Danke, Paul. Wie ist das? Das ist ja schon alles voll hier. Achso, jetzt müssen wir uns überströmen. Ja, mach's hier einfach. Okay. Alles klar. So. Und jetzt... Der Speicherbord. B, B. B, okay. Und jetzt einmal Start, äh, also Plus. Ja. Glaub ich. Und jetzt bei Speicherbord. Und jetzt einfach auswählen, oder? Ähm... Das war so schön, ne? Ja, das war echt richtig gefriedig. Achso. Alle von uns waren. First Try, oder? Okay. Drückst du mal L und R bei dir? Ah, ich muss aber auch sagen, dass... Ah, nee, du musst rechts auf. Der Schwebehut hat das schon sehr leicht gemacht dann, ne? Der war auch... ...complet broken. Okay. Ja. Wollt ihr ein bisschen mehr Zeit für das Level-Game, weil... Ich muss mal die Knappersachen wegfallen. Na ja, mal gucken. Vielleicht ist es auch so ein kurzer. Ich glaube, das war es kurz. Die Erfolgsrate war recht hoch. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay, let's go. Achso, die Spiel. Hörst du schon mal, was so 3, 2, 1 gehört? Geh unten durch. Ja, okay. Ich bin jetzt einfach unten. Ja, ich kann... Ja, du kommst rum raus. Okay, wenn du gedrückt hältst... Hast du mich gerade abgeschossen? Nein, nein, nein. Komm, du fällst da wieder... Ich bin einfach so runtergesprungen jetzt. Ja, ist okay. Teppich, Teppich! Ja, ich... Okay, Teppich noch mal. Okay, doppelteppich. Also, ich teppich dich hier. Warte mal bei dem Teil. Ja, ich spring direkt nach oben. Ja. Teppich. Okay. Also, wenn du gedrückt hältst, kannst du den Schuss aufladen. Lass uns... Wir dürfen uns nicht berühren. Weil ansonsten ömmeln wir uns weg. Na gut, es gibt... Können wir irgendwas angreifen oder ist es völlig egal? Äh, theoretisch ein paar von denen... Achtung, der Affe! Äffchen! Das Äffchen zum Beispiel. Ich gehe weiter runter. Komm ruhig her. Huuuuhu. Okay, nach rechts. Runter. Vorsicht, Vorsicht. Ich gehe schon mal runter. Oh, wir dürfen... Zack, Mann! Zack, Mann! Scheiße! Okay, fuck. Teppich. Was wir natürlich machen können durch die Passage, kann einer von uns dann durch. Und holt in unserer Schuhe. Welcher bist denn du, Raffo? Ich bin Luigi. Oh, oh. Schwierig, schwierig. Ich bin hier in der Sackgasse. Okay, alles klar. Okay, warte, warte, warte. Oh, shit. Ich bin hier immer aus dem Mitleid. Oh! Du warst in der gleichen Röhre. Ich gehe ja gar nicht. Das kennen. Bin ready. Komm hier, komm hier. Lässt du mich jetzt einfach zurück? Ich hole dich gleich unten raus, weil es einfacher ist. Oh, okay, so eine Art Stachel. Alles klar. Okay, ich warte hier auf dich. Mario kommt, den Tag zu retten. Hammer. Und wieder zu sterben, bestimmt. Der Teppich kommt, mit euch keine Angst. Ich habe das Gefühl, ich bin nur Ballast. So, jetzt hier schön warten. Guck mal, Gregor spielt einfach nochmal. Alter, woher kommt der denn? Von unten. Ja, komm, komm, komm runter. Das Ding ist despawned. Ich weiß nicht, ob wir gegen den kämpfen müssen. Ja, müssen wir. Doch, bestimmt. Oh, nein. Das musst du kurz überleben. Überleben, bravo. Schüttel, schüttel. Oder drück einen Knopf, dann kommst du schneller zu mir. Ach so, echt? Ja. Sehr gut. Ich mache das einfach so lange und du überlebst. Oh, nein. Nein. Der Spiek faunst. Oh, fuck. Egal, ihr wisst, wie es geht. Du gehst auf jeden Fall oben durch die Röhre. Ich glaube, der braucht aber die. Oder ich kann auch oben. Ja. Ja, ja, aber ich sehe nichts. Entweder du kommst runter. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich sterbe, wenn ich unterkomme. Du wirst wahrscheinlich sterben, ja. Ich? Ja. Ich will sterben. Nee, du könntest. Okay. Oh, shit. Berühre mich. Okay, lass uns weiter. Lass uns weiter. Nee. Okay, geht einfach weiter. Okay. Ah, vorsichtig. Schieb mich nicht ins Feuer. Geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Spring rein, spring rein in den. Warte mal. Oder lass mich erst vorbeikommen. Verproben. Okay, weil wir dann zumindest mit einem safe sind. Du kannst gerne durch. Warte ich hier auf den. Was, sollte ich ihn holen? Soll ich ihn holen? Ich sollte ihn holen, ne? Warte mal, komm mal her. Gehen wir runter, gehen wir runter. Die Tür können dir das richtig gut machen. Einer kann dir jetzt holen, wenn einer kommt. Warum ist das denn so? Okay, warte mal. Aber einer bringt es. Das ist halt schwieriger. Komm. Ich hole ihn. Okay, ich warte hier. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich den Nachteil, dass wir diese Geschosse haben, weil wir auch noch nicht mit ihm kennen. Sehr gut. Hinterher, hinterher, hinter der roten He... Ah, was ist da oben das Ding, ne? Du kannst ja bei mir nicht ein, ne? Vorsicht. Egal. Ja, dann müssen wir nach links oben. Ich will hier hin. Das fällt doch von alleine runter, oder? Aber unten ist ein neues dann. Geht doch einfach weiter. Ja. Ich glaube, wenn du hier gleich flieh bist, einer kurz. Ja, okay. Ja, okay. So. Ihr führt Haus hoch. Da ist ein Flammierer. Da ist ein Flammierer. Ich sehe ihn, ja. Okay. Okay. Den kann man nicht abschießen. Dann nehmen wir die Idioten hier weg, oder? Komm runter. Jetzt lass ich raus. Aber wann ist die Kugel? Sind die Kugel jetzt weg, oder? Ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Warte, 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 warte auf mich. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. So. Fiss dich. Du, gelaufen hat euch, glaube ich. Ist das einfach was? Wir kommen gleich weiter da raus. Oh, geil. Geschafft. Yes. Done. Done. Nein. Gregor. Großartig. Täffig. Yes. Willst du euch auch mal? Puh. Nee, ich bin nur so. Manche Kabel. So, wir tauschen. Aber fertig. Ach so, Manuel. Eddie. Sehr gut, Kane. Schade. Das hast du fantastisch gemacht. Das wäre wirklich Schlagflug in Tiefen. Dankeschön, dankeschön. Ich fühle mich gut, dass ich die Schande wieder ausgabe. Die sind erst da. Leute, es ist vorbei. Ihr könnt aufhören. Okay. Okay. Schande. So, wie ist jetzt die Reihenfolge? Ja, der war gut. Das war der erste. Nee, ich muss nicht. Ich sitze die Reihenfolge ganz entspannt. Wie kommen wir denn da wieder in? Ja, dann mach du doch. Du bist da mehr rein. Level ist aller Welt. Und dann kannst du auf ID drauf. Nächste ID, bitte. 6XN. Warte mal. Bin noch nicht so weit. Wo müsste ich eigentlich Fabian in der Lose? 6XN. XCS. Ich habe das weh. Das ist okay. Also bei mir ist es auch noch nichts. 6, MF. Aber ich glaube, es ist die Euphorie. 6, MF. Ja. Ist meine Hilfe. Hat die Leihung die Rechte. Benutze ich zum Schreiben. Okay. Also, wir sehen hier 25 Sekunden Weltrekord. Abschlussrate 26%. Easy peasy. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ein Klassener ID-Level in einer Minute. Drei. Auf die Plätze. Achso, mach du. Zwei. Los. Rutschweber. Also, musst du wahrscheinlich bewusst rutschen und von daher mal jumpen. Rutschieber? Genau. Und denk, genau. 3D-Level ist scheiße. Der Air-Taste hinten. Sehr gut. Oh, das ist ein High-Speed-Level. Ich glaube, das ist genau was für ID. Ja, aber es sind 100 Sekunden immerhin. Also, das sollte eigentlich machbar sein. Yeah. Oh, ja. Ja, fast. Eddie ist tot. Ist das wieder so ein Selbstdinger? Das wäre das einfach als Fakt aufgenommen. Das ist ein Selbstdinger. Das ist ein Selbstdinger. Hammerfoto, machst du es. Easy peasy. Kein Problem. Geil. Krasse. Geil. Hallo. Wir Typen ist durch. Wir haben es. Schön gemacht. Alter, Hammerhut, Mann. Richtig. Superfax-Levelin. Ich weiß nicht, was du so was kennen. Sorry. Mach den Nächsten, Eder. Wie sind denn dann die Punkte wohl? Ach ja. Schwer, meine Freude zu unterdrücken gerade. Brauchst du mich zu tun, Raffa. Die Euphorie-Bolzen da drüben. Und Sarkasmus, Ben. TF4. Die sind nämlich aus. TF4, sorry, Knüpfe verwechselt. J61. NQG. NQG. Das zieht immer noch ein bisschen Florentin. Ja, ich überlege, glaube ich, nicht in Krankenwagen rufen. So, ich würde das einfach so mal machen. Pro Forma. Also, wir haben hier 42 Sekunden Rekord. 2,7 Prozent. G. Und von Thorsten. Schönen Dank, Thorsten. D oder G? G. G, alles klar. Aber so sieht es aus, wir haben uns auch erst fünf Leute gespielt. Ja. Probier es mal aus. Auf die Platze. Fertig. Los. Los. Wüstenrennen. Das klingt aber echt gut. Und immer in Bewegung bleiben. Ja, das ist dann kein Problem für uns. Mein Bewege. Okay. Ach, die Sonne, ey. Die war auch immer nice. Wir hatten ja auch, mit Schatz rumzutrauen. Komm, lieber hier rüber. Ja, du musst auf die Sonne aufpassen, auf jeden Fall. Die killt dich. Das ist gut, Edel. Was das tun kann. Denk an die Sonne. Alter. Oh, Alter. Klau dir den. Klau dir den. Kann ich hier rutschen? Oh, ist das mies. Die sind nicht mal da gewesen, wo wir sind. Alter. Ey, kannst du die? Weil wir viel zu gut sind. Kannst du die Wolke klauen? 2, 3. Was? Wolken. Achso, ja, ja. Achso, ey. Kann ich was? Gut gerettet. Gut, gut, gut. Sehr gut. Du bist zu sehr weit oben. Ist saved. Und jetzt in die Wolke rein. Ja, ja, ja. Pst. 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 Du bist so gut. Du bist der Beste. Gemeinsam sind wir die Leute, die auf Eigentliche schieben in der Wolke. Das ist mega geil, was du machst. Das ist so ähnlich wie an mir eben. Oh, weiter, weiter. Halt dich an dem Stachel neben dem Stein fest. Gut. Jetzt pass auf die Sonne auf. Verdammte Sonne. Der blinkt dann gleich und dann darfst du nicht wie Eddie eben auf das Stachelding fallen. Achso, dann muss ich aufpassen. Oder wie willst du mir dazu raten? Mitdenken quasi. Dann muss ich aber jetzt am Boden schon mal am besten. Mitdenke mäßig. Okay. Okay, das war unlucky. Unlucky 2. Noch einen weiter, noch einen weiter. Den schaffst du noch? Was ist denn unten unter euch? Ich finde, das ist ein künstliches Lächeln von den Wolken. Ich habe das Gefühl, da ist eine tiefe Trauer dahinter. Das Problem ist, die stehen auf dem Kopf. Also es ist kein Lächeln, was wir sehen. Mieses Scheiß, da Kito-Schwein. Oh, die Wolke. Wieso denn? Bleib doch einfach oben. Sehr gut. Hast dich hochwertet. Oh, ficken! Oh! Hochwerfen geht nicht weiter. Oh, super, Ed. Oh, fantastisch. Oh, herrlich. Das ist ein Flow. Das habe ich selten gesehen. Das kommt ins Beste auf Video. Was ist das? Das ist eine Sonne, ja. Das ist sehr gut. Achte drauf, wann das Ding ist. Das ist der einzige, die schlecht drauf ist. Okay, das kriegst du noch hin. Ja. So, aufpassen. Ui! Drei Gegner! Alter, okay. Wirtisch, ist auch im Plan. Ja. Mach den Powerblock ein bisschen später. Ich weiß sogar, dass er von Fahrradhelm aufhängt. Wahrscheinlich ist, es könnte ein Pilz dann sein in dem Fragezeichen. An die Wand, einfach. Ja, mega gut. Mega gut. So, das kannst du eventuell... Ah, okay. Lass sie, lass sie durchlaufen. Okay, mach ruhig. Jetzt müsst ihr sie attackieren eigentlich. Machst du nicht, die bitte, Max? Okay, zieh durch. Dumm! Lauf durch. So, jetzt sehr vorsichtig. Ach, nee, kannst du doch. Die holt den Pilz, der unten im Abgrund liegt. Der hat das Schwierig an. So, sorry. Ähm, die Stacheln sind... Wir haben das gleich, wir haben das... Oh, oh, oh. Oh, miesigkeit! Hast du es gesehen? Wir müssen den, äh... Blick über den Switch gesehen, ja? Alles klar. Ich wollte nicht mehr, wenn die stürme. Wir haben recht viel Zeit, die. Ja, wir haben mega viel Zeit. Aber die sind einfach nicht gut. Links ist der Checkpoint. Wir müssen nicht gut sein, wir müssen nur besser sein als die. Ah, okay. Also, das habe ich so ein Gefühl gehabt. Ja, muss nicht so, dass ich es vorne gesehen habe. Tangent. Guck mal, ich kann... Das ist ja Mario 3, ich kann ihn ja sogar mitnehmen. Ja. Den ganzen wechseln zurück. Du musst den Switchblock... Alter! Ich habe draufgesprungen. Okay, was kriegst du jetzt hin? Psch, der Fabian. Alter, Ben, du hast ihn gleich. Fabian ist eben versagt. Oh, jetzt hast du ihn gleich überholt, Ben. Wird nicht scharf. Er hat gar nichts. Sehr gut, Ben. Was macht er denn da? Na ja. Er versucht es. Kein Problem mit, das kriegst du welchen. Stets bemüht. Das ist easy. Super. Okay. Egal. Lauf durch, fall runter, fall runter. Oh, ey, oh. Dann, ja. Zack. Jetzt hätten wir es jetzt. Ja, fantastisch. Wunderschön, Marc. So, ich bin raus. Super Marmel. Ich möchte am nächsten... Super gut gemacht. Gegen Etienne Gardet. Wie kann das passieren? Gegen wen habe ich denn gespielt? Gegen mich auch noch. So. Mach ich direkt mal den Chat an. Das war mal ein guter Level. Sehr schön gemacht, Eddie. Ist das schön. Dann machst du den Chat jetzt wieder an oder? Ja, klar. Einfach nur geil, der Eddie. Aber geht nicht. Geht nicht. Ja, mach ihn hier an. Das stand noch nie im Chat. Ich weiß nicht, ob das Haut- oder Unterbruch ist. Das ist ja gleich. Will jemand eine Apfelschorle? Ja, Gregor. Ja, ich nehme auch eins von deinen Getränken. Ja, 5RX. Aber keine Apfelschorle. 5RX. RX? Ein Bier, oder was? Ja. KHT. KHT. V-B-G. V-B-G. Karate heißt das doch eigentlich. Ja, sorry. So. Abomeo. Oh. Also, Towers. Weltrekord drei Minuten. Das schaffen wir niemals, Gregor. The fuck. Naja, lass es... Abschlussrate ist nicht so schlecht, aber wir probieren es einfach mal. Bei 34 versuchen. Okay, du sagst Bescheid, wenn es losgeht. Drei, zwei, eins, go. Eddie, du musst dann ja weg, sonst kann ich nicht bei Gregor auf dem Bildschirm gucken. Jeder bleibt da liegen. Das finde ich gut von dir. So, bester Retschplayer Deutschlands der Welt aus Deutschland. Sehr gut, Leute. Du liest wirklich was. Das wollte ich ja nur hören. Moment, losen sie ihn alle. Das wollte ich ja alles nur hören. Kannst du den ganz bisschen größer einnennen? Keine Sorge, es sind nur noch T-3 Stunden, bis es heißt... Na, also wirklich objektiv, weil das ja nicht die Argumente sollen zählen und nicht das, was er am besten findet. Was sind denn das für Oschis? Ich finde, du machst das immer ganz schön. Wer hat denn Kommentare angelassen? Sehr gut. Was ist das warm? Schwitze, ey. Und nicht overcommiten. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sind Maulwürfer. Die Zeitmaulwürfer. Das ist ganz wichtig, dass wir das extra Leben mitten haben. Ja, da kann ich nicht durch. Ey, Fabian, du machst uns gut. Danke. Was machen denn die Röhren eigentlich? Das ist gar nichts, glaube ich. Sehr gut. Oh, da ist ja schon das Ziel. Ist Gregor weiter als ich? Nee. Tatsächlich nicht. Minimal. Minimal. Nein, er ist hinter dir. Bist du auf jeden Fall hinter dir? Scheiße. Ich weiß es gar nicht. Ja, er ist hinter dir. Safe. Er war gar nicht so schlecht, so eine Flasche mit Apfelmus. Immer so einfach zu dir. So Eis halten kann. Ja, ja, finde ich. Für Babys gibt es das. Ja? Für Quetschis, ja. Das ist im Prinzip genau das. Bin ja aus so einem... Ging einfach Mousse rein. Fuck, das war richtig dumm. Ich finde es eine gute Idee. Entschuldigung. Aber dann auch in so einer ansprechenden Bierflasche, dass man auf einer Party nicht dumm ausfällt, sondern einfach so... Ich weiß nicht, ob du den Felsen schon mal gemacht hast, oder hast du schon mal Fake-Bier getrunken? Ich hab schon mal Vanille und Sandstilflasche getrunken. Was? Ich hab' mir auf einer Hausparty gut das getan. Vanille? Aus Geschmack oder einfach aus... Nee. Alter. Ja, einfach um durch den Arm zu kommen. Meine Studentenphase war hart. Viele Exzesse. Hast du, Florientin, jetzt mal ohne Scheiß, hast du schon mal Alkohol getrunken? Ja, ich hatte eine Phase. Geile Party. Ja? Ja. Also du warst auch schon mal betrunken, oder was? Das Problem ist, wenn man nie betrunken ist, kann man nicht feststellen, ab wann man als betrunken gilt. Haben die andere gesagt, dass du dich beschimpft verhalten hast? Dann warst du betrunken. Ich lag in der Badewanne mit einer Flasche Jägermeister, hat mir einen schönen Abend gemacht. Ja gut, das ist ja... Das nenne ich Sonntag. Was ist denn hier? Ah, das ist alles eisig, ne? Das sieht sehr gut nach Gewinn aus. Oh, Krieg! Das ist der nächste Part hier. Kriegel! Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Kriegel! Aber es war ein Checkpoint, ja. Ja, es war ein Checkpoint, ja. Die sind schon viel weiter als wir, kann das sein. Ja, die schummeln ja auch. Sind schon im zweiten Turm. Sorry, ich gucke nicht so oft auf euren Bildschirmen, deshalb weiß ich das nicht. Also ich würde mich auf jeden Fall beeilen. Ja, ja. Und super nachlässig, Spiegel. Fick die Wahlfäder. Okay, Gregor. Ja, sind die Gregor? Das sind die Großis. Das ist so dumm. Gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast, weil das Wort Großi hat's noch nicht. Hundertprozentig erklärt den Joke. So viel Haare, ey. Ist so angepisst. Wie flauschig seine Hand runter. Ey, bei Edeka gibt's kostenlos Uso gerade. Was soll das jetzt heißen? Ich würde da ganz schnell hinrennen jetzt. Ja, ich hab den Level ja fertig, da kann ich mir tatsächlich nochmal einen Uso holen und wieder zurück. Aber nur ein Ding stellen. Ja, überlass doch den Trashstock, dann hörst du den Fabian sagen. Ja, aber Fabian kann ja auch nichts. Er führt. Oh, schön. Er führt auch nicht. Sehr schön, souverän. Oh. Jetzt so lange ein Rund beverwundbar, wo ist es gar nicht hochspringen? Nein, nein. Oh, oh. Nein, das geht nicht. Du musst übers Trampolin. Übers Trampolin. Yes. Yes. Sehr gut. Du bist weiter. Du bist offiziell in Führung. Nicht das. Aber er ist groß. Das ist eine Blume. Der ist erst bei der Blume. Nee, ihr seid gleich weit. Nichts. Uuh, der Rechts ist vielleicht komplett hin, aber das wird ja niemand erfahren. Oha. Nicht ins Loch fallen. Oh, nein. Nein. Oh, nein. Was? Das kann nicht sein. Ich bin zwischendurch mal gestorben, Gregor. Ich weiß nicht, ob es bei dir war. Das kaltest du nicht dein Ärmer? Das ist zu eng. Das ist doch nicht dein Ernst. Das gilt nicht. Aber ich hab bestimmt schnellere Zeit. Ey, aber du warst richtig wichtig. Hast du einen Weltrekord aufgestellt? Nee. Ja, doch wahrscheinlich. Ich hatte den Abend nicht so viele Leute gespielt. Wir haben hier einen Weltrekord auf dem Sender. Wir haben hier einen Weltrekord auf dem Sender. Gibt das gedobbelte Punktzahl? Was ist denn das für ein Quatsch? Habt ihr wirklich schon einen Rekord aufgestellt? Dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist wirklich eine Leistung. Da kann man dann nochmal aufstehen als Gruppe, denke ich. Florentin. Ja, cool. Zwei haben es gemacht. Kann ich einfach mal werben? Wie viele Jahre läuft das denn noch? Oh, gegen Florentin würde ich auch nochmal spielen. Ich geh ja schon. Schönes Leiste. Ach, mein Arsch. Ah ja, guck mal, Raphael. Gib das doch mal der Lisa jetzt, oder? Bitte? So, Level suchen. Ja, ID. Dann kannst du auch. Das ist nicht so eine Dankbarkeit. So, jetzt haben wir unsere Geheimwaffe. Oh, so eine Anspendung, die dann abfällt danach, das ist unglaublich, ne? Ich kenn das Gefühl ja nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Hier, iss mal vor. Welcher denn? Ja, der bin ich durchgestritten. Von Twitter, ja? PFFDLH. Ich bin jetzt schon nervös. DHL heißt das. CWG. Ladies and Gentlemen. Das war's. Kannst du auch einfach starten. Ja, warum nicht mal Werbung machen, ne? PFFDLH. Drei und halb Jahre. Wie Haus. Dreieinhalb Jahre. Einer unserer moderativen Moderatoren könnte ja mal die Werbung anmoderieren, die vielleicht noch vorher stattfindet, oder? Werbung. Oh shit, ich bin dumm. Jetzt. Oh yeah! Versteht ihr? Wegen Little John. Wegen dem Becher. Ja, Referenzen aus 2003. Fällt mir. Okay. Schlecht. Steht nicht jeder auf geilen Humor. Wir machen weiter mit Mario Maker. Wir haben das Level schon geladen. Folgende Statistiken. 3,28 ist der Weltrekord. Und es hat eine Abschlussrate immerhin von 15,78 Prozent. Das ist machbar, Florentin. Wer hat das denn gemacht? Star Fox. Star Fox 8. Ach so. Das ist ein Rätsell-Level. Das könnte unser Vorteil sein, denn du spielst gegen ... So war das nicht gemeint. Ey, das ist ein fett Läppchen. Galor. 3,2,1, ne? 3,2,1, ne? Okay. Ich hör mal locker rein, dass Lisa das richtig gut macht. Ja, beim Rätsel brauche ich Hilfe von euch. So, wir rätseln zusammen. Das Ding ist, die hören alles, was wir sagen. Also, wir müssen auch verwirrige Sachen sagen. Ich darf das wieder machen. Schnell da runter. Oh, das ist ja die Star Fox-Musik. Ist es? Ah, ne, die ... Die klingt man sicher nicht. Die Smash Brothers-Musik. Du brauchst auch gar keine Hilfe, weil du einfach schon alles richtig ... Ja, dann durch, 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 gerade. Weiter, 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 weiter. Aber das ist es nicht. Ne, geht da durch. Säge. Nein. Das ist eine graue Blume, warum auch immer. Folge einfach den Pfeilen. Du hast die Gummiblume. Du hast die Gummiblume, die ist so ein bisschen wie aus Mario Land, das irgendwie abprallt. Du machst das super, Florentin, wirklich. Ich habe gar nichts auszusetzen. Das ist super. Das ist die Mario Galaxy. Das weißt du. Ja, Alexi habe ich gespielt. Das ist einer meiner Meinung nach Mario Galaxy 1 und 2 die besten Marios, das je gab. Finde ich auch. Ne, Fabian? Die besser als Odyssey. Ist das eine Fahne? Nee, Odyssey ist mir jetzt genauso gut. Nee, ich finde Odyssey sind nicht schlecht, aber ich finde es schlechter. Ah, okay. Du musst es irgendwie aktivieren, den Schalter. Aber während du schon drüber bist, wie kriegt man das hin? Hast du irgendwas, was du dagegen werfen kannst? Die Bombs. Die Bombs. Die Bombs. Ah, okay. Da, das Ding, das Ding. Ja, nee. Nee, da kannst du jetzt durch, durch den, beim Maulwurf. Mauli. Kannst du oben drüber springen, genau. Aber ich wette, wir müssen den Schalter noch betätigen, zurück. Naja. Erstmal weiter. Auf die, kannst du auf die Kugel drauf und dann, äh, Sprungtaste gedrückt halten. Aber Vorsicht da oben, die Kugel, Kugelinio, starb, sch, starb er doch an der Stuttel. Starb. Kugelinio? Genau, nochmal springen. Nee, gedrückt halten. Das war jetzt zum Eingelden. Sprungtaste gedrückt halten. Das war jetzt gut. Ja. Du musst dann genau nochmal. Nee, du musst da. Sprungtaste gedrückt halten. Ja, gut, also. Okay, ich finde es gut. Das ist gut. Perfekt. Perfekt. Oh, sehr gut. Ja, das ist ein, das ist ein. Achso, das ist ein. Ja, warte, bis die nächste kommt. Kannst du ja auch sonst noch einsammeln, ne? Nein, nein. Achso. Irgendwann können wir da abkürzen wahrscheinlich nicht. Oh, da musst du runderslighten. Nein. Nein. Ja, sprich einfach rüber gleich. Ach ja, okay. Ich sehe ihn. Runder. Und dann dran springen. Schön. Ah, scheiße. Exakt der gleiche Fehler nochmal. Okay, sehr gut. Dann wieder deaktivieren, dass noch einer rauskommt. Achso, stimmt. Ich bin da nicht durch. Okay. Okay. Wieder, wieder weg. Das reicht. Ja, aber geh... Warte, bis der explodiert und dann kannst du hoch. Ah, ne, einer noch, ne? Obwohl, ne, du kannst hier oben durch. Ah, das ist klar. Oh, das ist hart. Ja. Pass auf, das Lenken. Hast du gemacht. Brauchst du jetzt klar. Ich brauche nochmal zum Springen. Großer hatte ich Flo und den. Fantastisch. Ah, und der unten hat dich mit der Blumen so sch... beschossen. Machst du super, diese. Hammer. Ich bin richtig, äh, faszinierend. Sehr gut. Oh, shit. So, dann ist das Ziel. Wirklich? Oh, Flo ist das Ziel. Nee, ein Checkpoint. Das ist Quatsch. Nee, Flo ist er noch nicht. Das ist gut, wir sind ein Checkpoint voraus jetzt. Aber er schlägt sich bestimmt auch ganz okay, oder? Ja. Du musst ihn wahrscheinlich besiegen. Jetzt kannst du nicht mehr schießen. Ja, aber du kannst drauf springen. Also wenn er, wenn er aus der Stadt... Kannst du vielleicht gleich oben durchgehen? Jetzt spring drauf. Nee, da ist eine Tür, wo du einen Schlüssel brauchst. Okay, sehr gut. Und jetzt weg, weg, weg. Jetzt nimmst du die Schildkröte und schießt die auf ihn. Nee, jetzt nicht mehr. Warte einfach so wie eben. Aber hol dir die, kannst du die Feuerblume oben zurück? Mach das so gut. Ja, jetzt spring nochmal drauf, schnell. Ah, shit. Sehr gut. Ich freu mich, dass du so mitfühlst. Und hoch zur Blume. Oh, Schlüssel. Sehr gut. Ah, jetzt musst du... Ja, jetzt musst du rennen und dann... Rechtshut nochmal hoch. Zu der Tür. Sehr gut. Ja, okay. Ist aber sehr frei. Das ist Hammer. Oh, du hast nur noch 30 Sekunden Zeit, ne? Ah, das ist zeitlich. Ja. Okay. Aber das macht nichts. Wir kommen ja bei dem Checkpoint dann wieder, Eddy. Wir haben gerade einen neuen Checkpoint. Mach einfach jetzt mal YOLO. Weil... 20 Sekunden... Ah, das wird zu eng. Das ist noch recht lang. Aber wir haben einen Checkpoint. Das kriegt man noch. Nee, aber halb kommt. Lauf einfach durch. Du kriegst einfach... Du fängst dann mit neuer Zeit da gleich wieder an. Genau. Okay. Ah, shit. Oh, nee, ich hab den Schüssel. Du musst... Können wir schon mal überlegen, was man hier gleich machen muss. Ja, du musst gleich... Müsst du den... Müsst du den... Dass der... Dass der rote Block weggeht. Dann kommen wieder Bomben raus. Mach dir unten alles frei. Und dann kannst du... Da lang gehen. Okay, das müssen wir gleich nochmal erklären. Hast du ein bisschen zugeschaut, wie jetzt? Dann richtig... Okay, also was muss ich jetzt... So, da reingehen. Richtig krasse Sachen passiert. Was? Weg, 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 weg! Okay. Ja, genau. Nochmal hochgehen. Und dann da oben. Oben ins Reihen. Nee. Ist noch ne Blume gleich. So, wenn du da hochgehst... Ja, aber das hier hochgehen, ist schlicht's. Ja, du kannst bestimmt mit der Blume... Mit der Blume jetzt hier gleich irgendeinen Schalter auslösen, wenn du in die richtige Richtung schießt. Oder auf die Wolke. Welchen Schalter? Wo? Ja, es gibt bestimmt irgendeinen, der offscreen ist, den du mit der Blume anballern musst. Du siehst ja die Blume. Offscreen-Schalter. Nee. Was sollt man? Ah, okay. Das Ding verschwindet. Nee, 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 nee. Irgendwas ist doch... Mit der Kanonenkugel bestimmt. Ja, dieses Frost-Ding von unten oder sowas? Das geht leider nicht hier. Nee, du musst auf die Kugel drauf, glaub ich. Die haben wir jetzt nicht dabei. Mhm. Aber falls die Liste jetzt gearbeitet wird, haben wir natürlich noch welche dahinter. Vielleicht check's auch nicht. Wie kann man denn das Fragezeichen aktivieren? Ich hab jetzt geschickt, dass es einfach für drei... Dass wahrscheinlich eine Pflanze es reichen würde. Dass wahrscheinlich eine Pflanze es reichen würde. Mit der Blume zu tun haben, ne? Wenn es einem so gegeben wird. Hast du schon versucht, diesen Block abzuschießen? Welchen? Mit dem Fragezeichen da oben? Jetzt guckt sie wieder in den Scheid. Ja. Ich glaub's nicht. Den da. Ja? Unter dem Block springen. Jetzt ist es leise. Ja, da musst du was dagegen werfen gegen den Block. Ich mein, es gibt ja auch keine so... Soll ich mir mal runterspringen? Aber dann sind nur Stachels wieder am Anfang, glaub ich. Ja! Du musst mal da unten gucken. Muss doch irgendwas sein. Ich check's nicht. Tut mir leid. Das ist Rätsel. Chat sagt unter den Block. Unter den Block? Also das da ein versteckter Block ist, den man aktiviert, wenn man einmal hoch springt. Ja, man hat das auch schon gemacht, glaub ich. Irgendwie unter den Block kommen. Wahrscheinlich von der Wolke aus... Ah, okay, ja. Du kannst nicht springen, sondern lauf gleich, wenn du hier bist. Lauf! Ein, ein hoch, ein hoch. Ein Stockwerk hoch. Ihr seid nicht auf Augenhöhe. Genau, ein Lauf! Ah! Wir sind so unversprechend. Wir sind wirklich sehr dumm. Ah, okay. Scheiße! Das ist wirklich ziemlich blöd. Ne, der aktiviert... Obwohl... Ah, okay. Ja, der bombt das gleich weg. Chatseed Gaming. Symbol. Okay, lass noch einen. Du musst wieder von der Unterseite durch. Noch einen? Noch eine Bombe? Ja, genau. Weil du kannst nicht oben durch. Weil das wieder zu ist. Lass die Bombe durch. Du musst noch eins mal mehr explodieren. Okay, zurück. Check mal, ob du nach unten durch kannst. Nicht von oben, ne? Das ist richtig. Okay. War gut. Sehr schön. Da warten einfach, wenn du drauf springst. Alter, Lisa. High Five. Das war ja mega. Aber waren die 10 Minuten vorbei oder nicht? Weil ich sehe keinen Time. Nein. Wahnsinn. 8 Minuten 48. Also, ich finde, das zählt nicht. Schwache Defense. Oh, nice. Oh, wer möchte. Ja, schön gemacht, Lisa. Wie war denn die 10 Minuten? Ich muss es auch noch mal versuchen. Aber gegen die NGD schon wieder meinen Angstgegner. Die Rätsel waren zu schwierig. Das war tatsächlich Eil und Hirn vor uns. Arm ist schwer. Okay. Wir müssen jetzt durchstreichen. Egal. Fünf. Fy. Warte, ich muss erst mal hier raus. Warte. Steht's denn? F2 oder so? Ich bin dran. Fy. M. Ja. Fünf. Genau. Fy. M. Wie Michael. Michael, ja. Nee, also das N wie Michael. Das N wie Michael. Das N weg. Achso, okay. Und dann ein M. XC3. CLG. CLG. Das ist auch der Clan, in den wir jetzt kommen. Nach dem Abend. Okay. Verstehe ich nicht. Kannst du schon mal wegstreichen. CLG? Das verstehe ich auch nicht. Aber das von Raphael ist auch noch da, ne? Oh, genau. Hier haben wir kein Internet. 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 Internet sagt nein. Internet. 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 Was machen wir denn jetzt? Nein, 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 nein. Das müssen wir. Raphael, du bist derjenige, der am ehesten noch weiß, was man jetzt machen würde. Ja, abwarten. M. Sind wir noch live? Das ist mal an und aus oder Stecker rein. Stecker, äh, raus, Stecker rein. XC3? Den WLAN-Stecker. CLG. Sind wir weg, oder wie? Ne. Florentin, wir sind heute bei Filmfights dabei. Haben wir eben schon gesagt. Aber hier steht's nochmal. Hier steht's nochmal. Dominik Forschen und Marco Risch. Wiesch. Wiesch. Wunderth Kultur. Ich habe keinen Internet. Ich habe keinen Internet. Okay. Hm. Aber dadurch, dass wir beide Kanzler haben. Ey, wenn ihr beide Kanzler habt, ist wahrscheinlich hier irgendwie der WLAN-Router ausgefahren. Der Router-Router. Okay, dann lass uns doch ganz kurz einmal Werbung machen. Ja, würde ich auch sagen. Und das Internet reparieren. Das würde jetzt vielleicht dauern. Und eine kurze Unterbrechung machen. Ja? Ja. Ja. Das seid ihr ja wieder, endlich. Wir haben die ganze Zeit auch noch gewartet. Wäre schön, wenn ihr das nächste Mal schneller auf die Toilette gehen könntet. Ich bin im Fernsehen. Ey, warte mal ganz ernst, wir haben das schön, ach so. Du warst eine 5-Rate. So, wir haben das Level geladet. Geladet. Und wir haben eine Abschlussrate von 12,65 pro. Hä, bei euch ist eine andere als bei mir. Und kurz und knackig. 12,65 bei euch. In der Zwischenzeit haben es Leute schon gezockt. Ach ja, logisch. Der Weltrekord ist ... 16 unserer Zuschauer haben es gezockt, tatsächlich. Krass. Tatsächlich, ja. Und der Weltrekord liegt bei mir bei 40 Sekunden. Bei uns einer 1,17. Auf jeden Fall fertig los. Ich hab schon gedrückt. Das war ja besonders fair. Dafür sind wir bekannt. Run and jump. Oh, es tut mir leid. Super, super, super. Ruhm and jump. Sehr gut. Trotzdem knack ich in. Sehr gut. Warjumps. Warjumps. I fucking hate Warjumps. Super, super gut. Oh, ach da ist ein Molly. Ach, das war eine Kneifzange. Ja, und ... Echt ein Schraubenschlüssel, oder? Aber es war eine gute Idee mit den ... Warjumps. Mit den roten Münzen. Alter. Was ist denn los? Zur Wand halten. Fabian, Fabian. Das ist er doch. Kranie. Oh, meine Lieben. Was mach ich hier eigentlich? Mann, ey, immer diese Scheiß-Level, die gar nicht schwer sind und trotzdem nicht klappen. Fabian hat sehr gut gespielt. Ja, mach ich. Ganz ruhig, ey, du bist vorne. Richtig, ja, wir spielen Levels von Zuschauern. Das ist jetzt Christoph 95. Ich weiß nicht. Ja, wie soll es denn gehen? Ich check es nicht. Bisschen ... Ja, ein bisschen weniger ... Mann, ey, warum denn? Aber kann man sich nicht von oben abbouncen lassen? Theoretisch ja, aber du kannst auch das mit dem Wirbelsprung machen, das ist ein bisschen sicherer. Du musst, wenn du dich bouncen lassen möchtest, musst du perfekt den Winkel erwischen. Aber das ist jetzt. Scheiße, aber. Ah, doch von mir. Oh, shit, wirklich? Oh, Gott. Das war's. Gewonnen. Mein Selbstwertgefühl ist wieder da. Ja, man muss die Münzen ja nicht sammeln oder was. Man muss sie nicht mehr sammeln. Das ist ja so ein sehr, sehr gut, Ben. Danke meiner Mutter. Die hat mich immer unterstützt damals. Hast du noch einen Weltrekord gerade aufgestellt? Wirklich? Wisschen. Ja. Ne, achso. Besser scheinbar. Hier ist mir der nächste Kumpel. Fettig. Da, wenn da eigentlich. Wenn man nicht doppelt das Taschengein drückt. So vor der Glatze sitzt und mit so kreibernden Augen. Bitte? Eins. Eins, D, M. 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 Eins, D, M. PL8. Ach, zwei, tätig an. Wisschen Zeit. Ja. F, U, C, K. Oh, weißt du, was ich entdeckt habe? Was du entdeckt hast? Ein kleiner Scherz. Zusammen mit Salzstange. T, V, F. Was? Zusammen mit Salzstange? Cashew plus Salzstange. Das ist gerade wieder das exakt gleiche korrigiert. Ich überlege, ob ich mich in der eigenen Mix anbieten bin. Spuckefahrt, der Salzstange gezahlt hat. Aber weißt du, was ich geil finde? Das ist eine Abschlussrate von 66%, Freunde. Das wird richtig eins machen. Wenn du Salzstange isst und Mimod schokolade isst. Das ist ja mit Augenzunacht. Das ist auch eine 14-Schokolade-Sache. Ich glaube nicht, wir spielen normal, oder? Das ist ein Level, den wir wahrscheinlich für Mimod haben. Ja, aber ich hab den nicht gesehen, ihr Idioten. Ja, das ist doch fair. Fabian gegen Gregor. Das ist ein klassischer Battle, oder? Das muss ich auch mal sagen. Wenn der aus der Mimod-Sendung ist, dann müssen wir das jetzt schon fair halten. Ich weiß ja nicht, ne? Ja, aber passt doch. Dann können wir auf den nächsten Level. Lass uns den nächsten Level machen. Geht das, oder? Geht das, oder? Siehst du ja eh nix? Sollen wir den nächsten Level nehmen? So, nein, wir spielen ja normal. Ich spiele den jetzt richtig, oder was? Komm, Eddie, wir brauchen einen Punkt. Ja, spielt den doch jetzt. Wir können dann Eddie erklärt und... Nee, nee, richtig spielen, Eintracht. Also, was denn jetzt? Ja, ist ja dann lame. Schnell, spielen! Mach aber nichts, Gregor. Gerade, bis du da bist. Okay, das... Du musst nur ein bisschen bitte dann zusammengehen, Raffo. Ja, aber es macht ja keinen... Das ist ja der Sinn von dem Level komplett. Dann sehen wir mal einen schönen Speedrun. Ist doch egal. Oh, Mann, ohne Scheiß, du Oberallmann, ey. Da bin ich. Fabian, wir los. Ja. Man sollte sich nicht an seine Fehler erinnern, sondern in die Zukunft blicken. Okay, danke Fabian. Da hätte ich keine Fußmatte von. Ist nicht schon so ein Bild mit so Delfinen. Einen Wolf und einem Vollmonass. Stern. Und einem Hanfblatt. Warum? Was war ich falsch? Alles offensichtlich. Anscheinend. Kannst du das Trampolin greifen? Nein, nein, du musst hin und her, immer hin und her. Wohin? Bis du genug Speed hast. Bis du genug Speed hast. Ja, weiter. Ja, fast. Ich verstehe das nicht. Das ist doch Quatsch. Was macht denn sowas? Ja, mach du. Ich weiß es nicht. Ja. Da gibt es ja ein Viori, ne? In meinem ersten Teil hängenbleiben, während die einfach durchziehen. Das gibt es doch nicht. Das ist doch einfacher als du denkst. Das ist eine Falle. Doch, wir sind fast durch. Vielleicht müssen wir das Ding neu starten. Weil da ich irgendwas beim Reinlaufen falsch gemacht habe. Weil ich weiß jetzt nichts. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Du hättest vielleicht ein Panzer dabei. Starte mal neu. Starte mal neu, bitte. Ich hab mir das falsche Tasten gedrückt. Das war bestimmt eine Finte, die ihr habt, die nur überredet, neu zu starten. Die waren schon total weit. Das ergibt ja keinen Sinn. So was sollte in einem guten Level-Design natürlich nicht passieren. Ach, es geht bis zu dir nach links hin. Ja, es ist egal. Warte mal, was passiert denn hier? Die Flügel. Ah, okay. Durch! Ja, warte mal. Wie, warte mal. Ja, aber warum hat es denn vorhin nicht aktiviert? Was ist denn das? Das wissen wir nicht. Was ist passiert? Was ist denn das? Wir haben es geschafft! Fabian, Fabian, Fabian. Wieso lande ich eigentlich immer in den Loser-Team? Ich verstehe das überhaupt nicht. Es ist das Fabian-Schläge, das ist ein gemeinsame Variablen. Habt du dich automatisch und den zugehört, Fabian, oder was? Ja. Es war eindeutig schlechtes Lemmy-Sign. Ah, direkt zu den Gewinn. Das hat mich gebraucht. Lieber hier! Der war ich treu. So. Warum macht man sowas? Was ist denn der Zettel mit den Namen? Wer möchte jetzt? Eddie, hast du den Kohl-Zettel? Ja. Ich kann auch hier bleiben. Das will man hier draufhauen. Ihr müsst halt dann nur nach hinten motivieren. Dann geht das Spiel los. Wir haben eine Spielerunde, in der wir Karten spielen, wo wir immer so eine Glacke haben, damit wir Frangelico neu einschenken. Und wir sagen auch noch was dazu. Doppel V. Das ist so schön, ne? Wie oft? V, V, V. Null. Noch eine Null. V. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach. P. Das macht doch mal Hauen. Zwei. G. Sehr hervorragend. Warum? Das war nicht absichtlich. Challenge for four players. For four players? Wir haben so viele Controller gar nicht, oder? Nö, ich habe gar nicht. Musst du wohl alleine machen. Ich spiele es alleine. Gegen die Zeit. Okay, 34 Sekunden, das kriege ich hin. For four players. So, ach, das ist scheißegal. Eddie, Gregor, ihr müsst jetzt nach hinten motivieren, okay? Kriegt ihr das hin? Ich gebe mir einen Spiegel. Spurentin. Oder willst du dich hier hinsetzen? Ja. Also gegen Computer leicht spiele ich jetzt. So, Raffi, jetzt zeigen wir, was du kannst. Du kannst auch so einen richtigen Trashtalk dabei. Ich brauche dich jetzt, Gregor. Also, seid ihr bereit? Ich noch nie brauche dich. Ja, wir sind bereit. Drei, zwei, eins, los. Das ist super. Danke. Was magst du an mir am liebsten? Ich mag deine Fußnägel. Okay. Ist das ein Komponent? Das ist das Erste, was dir einfällt? Ich wollte irgendwas. Oh, wir nehmen Geld. Nimm mal Geld. Das ist der schöne Fußnägel, der Florentin. Das muss man schon mal an der Stelle sagen. Los geht's. Okay. Häng dich da rein. Okay, du musst. Ohne zu schwingen. Genau, einfach hoch. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, das ist ein guter Ansatz. Ja, ich weiß nicht. Der macht das gleich one-shy durch. Alter, geht der Rab von mir auch. Sack. Echt schade, dass dein Vertrag nicht verlängert wird. Der hat einen Vertrag? Der ist nicht mehr. Der Unbefristete? Ah! Lass dich nicht ablenken von denen. Überlegen wir die letzte halbe Stunde so machen, dass die dann schon mal gehen und wir vier spielen noch mal untereinander gegeneinander. Das wäre vielleicht spannender. Oh nein! Mein Gott, wie mache ich mal das ohne Schwung? Ach, geht. Das ist gut. So fertig. Raphael, Raphael, Raphael. Du. Nee, Lisa, oder? Das war nicht schön. Ja, wenn es keine Spiele machen. Ich sehe hier ein bisschen Skill-Gefälle. Gegen Gregor. Calvin, willst du nicht auch mal mitmachen? Nee, ich kann auch. Du hast ja Milchspiel, das macht mir die auch nicht. Ich bin cheat-richter heute. Bist du hier? Und dann tauschen wir. Das hast du mir voll die Chips mal, hatte ich gemacht mit deinem Bakterientalken. Nee, das war ein Quatsch. Nee, das will ich keine mehr. Hä, das ist doch gut so fair. Regen und Regen. Ja, das ist doch gut für's. Nee, das Glas nicht echt nicht. Oh nein, das war oft gar kein Fall. Mein Hintergrund ist doch mit dran. Ja, er schafft das mal. Er nimmt doch das wie Getting Over-It. Das ist wie jetzt irgendwas. Na, okay, dann machen wir das ja auch. Nein, oder dann kannst du auch. Dann nehmen wir das doch runter. Den nächsten Level? Achso, äh, ja. Auf Start drücken. Bitte schön, ich geb dir das mal hier. Also hier das hier, ne? DMD. Du bist überhaupt nicht verspalt. Was ist los mit uns, ey? Ich lass mal an, das ist alles fest. Du, ich muss mich bei dir einschleimen, du, Judge, heute. Stimmt. Du willst mich mal hier. Ja. Das macht mir für dich einen guten Pitch aus, eigentlich. Ein guter Pitch? Mhm. Der malt einfach ein Bild in meinem Kopf. Okay. Der malt einfach ein Bild und sagt mir, wow, den können wir sehen. Okay. Gut. Oh, Nisse. Ja. Da sind auch Bakterien drin, Gregor hat Ben gesagt. Weil ich mir ist ziemlich egal, ich hab's bis hierhin geschafft. Damit schon auslöst. Ich denke auch, wenn du ein Glas Erdnuss so tötest, dann kannst du leider nicht verdienen. Wenn es daran hängt, hast du wirklich Pech gehabt. Ja, okay. Warte, ich muss das einmal kurz durchsprechen. Run slow, die fast. 17 Sekunden Rekord, ne? Oh, okay. Kurz und tackig, Herz. 17 Sekunden. 17. Wahrscheinlich musst du ganz schnell rennen, Lisa. Okay. Ich muss mal noch ein bisschen Schmick raus. Sind wir bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, Alter. Der Mann, der Glocke ist da. Der Mann, der Glocke. Entschuldigung. Okay, Mara. Langsam rennen. Run slow, die fast. Mein Autoscroller. Ei, 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 Mara. Einfach rennen. Mara, Mara, Mara. Sehr schön. Oh Gott. Das macht gut. Du machst das super, Mara. Ah, shit. Mara legt noch. Super gut. Ah, nein. Kein Problem. Hör doch mal auf, die Konjel. Du wirst wirklich den Hund im Arm haben währenddessen. Rekord ist auf eurer Seite. Warum kann der Rekord nicht mit Lisa schieben? Ich kann störe mit Lisa los. Was heißt das? So ein Drehsprung. Ah. Genau da. Stark, Fabian. Da kannst du, wenn du einen Drehsprung machst, kannst du drauf. Was ist Drehsprung? Ja, L. Oder L. Oder Bärisch. Weiter, weiter. Alter. Alter. Das war keine gute Entscheidung, Mara. Aber jetzt. Aber kann ich den Drehsprung, die anderen nicht auch kippen? Ja, ja, ja. Also eigentlich die ganze Zeit Drehsprung. Okay, okay, aber es ist kein Nachteil bis jetzt. Also kannst du auch mit dem normalen... Jetzt lag ich mir vom Fernseher. Rikon, komm her. Rikon. Da. Geht's in die Hasen halt, oder? Ja, genau. Jetzt Salz an der Hand. Und Mara macht das fantastisch. Oh Gott. Oh! Okay, du musst Mara gleich den Wirbelsprung machen mit der R-Taste hinten. Den Wirbelsprung mit der R-Taste? Kann sie dann die Pflanze zerstören? Genau, wenn du den Wirbelsprung machst, nee, du stößt von der Pflanze ab, ohne dass du stirbst. Du kannst auf dir also balancieren damit. Ich hab noch nie einen Wirbelsprung gemacht. Ich drück einfach die R-Taste hinten, dann siehst du, was gemeint ist. Okay. Nee, du musst den mitnehmen. Du musst den mitnehmen. Ja, ist gut, ist gut. Brauchst du nicht mitnehmen. Doch, dann kannst du die Pflanze wegkicken. Meinst du wirklich? Ja. Dann kannst du gerne mal probieren. Auf ganzer Linie. Sehr schön, sehr gut. Sehr gut. Und drüberjumpen. Oh, das ist so ein Ziel. Okay, okay. Einfach immer. Du hast auch viel Zeit. Du hast auch viel Zeit. Wir wissen jetzt, was geht. In NCCNKDs, woher steht bei mir jeder auf geile Witze? Sehr, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt mit Schwung durch. Mit Schwung. Lauf. Ah, du bist zu schnell. Du bist zu schnell. Du musst zu schnell warten. Du musst schnell. Du musst schnell. Du musst schnell warten. Wer hat hier die Waschmaschine angemacht? Oder was ist das? Das ist Regen, glaube ich. Was ist das? Was ist das? Das ist die Waschmaschine des Lebens. Du musst du springen. Du musst springen, dann aktivierst du dann doch nichts. Eventuell. Sehr gut, sehr gut. So, warte da ein bisschen. Nee, nee, warte, warte, warte. Wieso komme ich denn auch nicht rein? Oh, yeah! Wirbelsprung war es. Großartig. Sehr schön. Das ist der erste Punkt. Gott. Das ist der erste Punkt. Super gut. Das ist der zweite Punkt, oder? Ach Gott, oh Gott. Nee, dritte ist, glaube ich schon. So, wer hat jetzt... Aha, wie fühlt sich das an? Wir machen immer hier so. Gott verkackte Scheiße. Ja, tut mir leid, Leute. Aber eins habe ich schon gewonnen. Das ist schon okay. Das ist ja mein neues Level. Nee, keine Gottverdammte Scheiße. Das ist schon okay. Möchte jemand von euch das spielen, was wie Getting Overed sein soll? Wie bitte? Möchte jemand von euch das spielen, was wie Getting Overed sein soll? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist in der Tonne. Mit der Tonne. Ich weiß nicht, was das ist. Wo man mit dem Hammer... Ach so, das mit der Tonne. Sagst du gleich wie Getting Overed. Au. Au. Also das spielt nicht, ne? Mach doch danach, oder? Das sind auf jeden Fall Schmerzen, wenn man das spielt. Also sag mal. Also welches nicht? Irgendeins einfach? Ja, mir ist nur irgendeins. Y, C, G. Wie, sagst du? Y, C, G. Okay. J, T, 2. SVF. Hey, Budi. Genau. Check's wieder ein. Also wir haben jetzt 32 Sekunden und eine lächerliche Quote von 4,82 Prozent. Auf die Plätze, fertig, los! Jumpman, Jumpman, Jumpman. Budnubi, Nuva. Siehst du gut bei mir? 8,3 oder was, ey? Da ist Ricke, denn Ströme. Kann das sein? Shit. War ein guter Run, oder? War ein guter Run. War ein guter Run, oder? Spiel doch nur gegen Ben, das ist also kein Problem. Was war die Bestzahl? Weiß nicht mehr. Hallo, Gregorio. Na, Budi? Ist hart, oder was? Ne. Ne? Die schummeln da einfach wie immer. Die Mario geht steil, oder was? Wer ist denn der Gefährliche da drüben? Alle. Ach, scheinbar. Gar keiner. Gar keiner? Er ist alles das Dumm-Glück. Hast du schon gespielt, ja, ne? Ja, ja. Wir haben mal exzellent dagestanden. Ah, sehr gut. Nice. Okay, sehr gut. Jetzt vorsichtig. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh. Warum ist denn da ein Pfeil? Ja, der Pfeil ist egal. Das ist verarsche. Meinst du? Der ist mega verarsche. Da oben ist eine Rühre, man. Da muss doch gehen. Ah, weiß man nicht. Sehr gut. Oh, ey, das ist ja high quality. Oh, ist da drin. Shit, die sind schon wieder. Ach, egal. What? Komm, Eddie. Aber weit kannst du nicht mehr. Come on. Sehr gut. Stark, Ben. Hey, wir haben 50 Minuten. Da kann man noch 18 Runden gewinnen. Hat eigentlich jemand von euch auch schon eins gebaut? Mach eine Runde. Willst du? Ja, mach den ersten Teil. Ja, mach den ersten Teil. Ja, mach den ersten Teil. Oh. Oh, shit. Das war das schon siebenmal. Echt jetzt? Wie oft machst du das? Ich meine, die da drüber noch weg. Das ist okay, Mara? Das stört mich sonst passiv, dass wir einfach übersprungen haben. Aber es sind zwei Spieler. Oh, scheiße. Wollt ihr jetzt das Wegetting Overage-Spiel? Ach so, nee, ich meine die da drunter, die dieser einfach rausgelassen hat. Was ist denn los, ey? Die haben wirklich gespielt? Die sind ganz gut. Nee, die haben ja noch ausgelassen. Reden wir danach noch mal drüber, dieser, warum du die einfach rausgelassen hast. Das verstehe ich aber auch nicht. So. Weil die da so zu wissen waren. Ach so, warte, ID. Hier ist mein Level. Habt ihr den Zettel? Ja. Laut vor dem. CLB. Kannst du das schreiben. X, G, K. G, Kacken. Ja. Äh, H, Y, F. B, F. Nice. Ben sieht aus wie ein Jazzmusiker, sagt der Chad. Hast du jetzt noch Spiele am Bus? Rudi, hast du jetzt schon noch Spiele gemacht? Ja, hat er. Äh, nee, ich hab jetzt auch Speicher noch. Wir haben die Freunde immer gespeichert. Habt ihr gar nicht gemacht? Die brauchen wir nicht. Hat der aber Bens Jazz-Hands noch nicht gesehen. Okay, so was will ich mich nicht am besten schauen. Also, wir sehen 37 Sekunden Weltrekord. Apropos, ey. 38 Prozent Abschlussrate. Sagen wir mal, es sind sieben Leute gespielt. Let's go. Eins, zwei, drei. EOS! Okay, jetzt rück ich. Go! Wie hast sie? The Haunted was? Super Ghosts'n'Ghosts. Geil! Ist Budi gut? Nee, Budi ist scheiße, aber die März ist gut. Ich will das ab und es ist noch zu besser. Ich muss einfach rennen. Go, Budi! Man muss tatsächlich ein bisschen weh, Ghosts'n'Ghosts. Na, nicht schlecht gemacht. Nicht schlecht. Ich erkenne den Level wieder. Ist er auch von dir? Nee, aber Ghosts'n'Ghosts ist natürlich ein gutes Spiel. Verglichen mit anderen Spielen. Besser als... Ist auf jeden Fall leichter als gut. Besser als einiges. Ja. Sehr gut, Budi. Sehr gut, Budi. Egal, 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 egal. Das war bewusst. Intentional damage. Oh, shit. Schon vorbei. Alter, what the fuck, ey. Dankeschön. Alter, was geht? Wie traurig ist das? Ey, so geht das den ganzen Dagen schon. Echt? Ich kann gerne eins machen. Come on, Gregor. Ich kann hierbleiben. Moin, drei. Was ist los, ey? Du hast gut gespielt. Traurig. Welches machst du? Das Durchgrößer. Wir haben damals schon immer noch Competition gemacht, wer am schnellsten den Code eingeben kann. KM8. Schneller! XGN. Das ist mir scheißegal. JYG. Jück. Ja, gut. Wo befindet sich denn wohl? Nee, ihr wart schneller, ne? Oh, was ist das genannt? Das Gerstengetränk. Wir sehen hier 27 Sekunden. 12 Uhr. Scheißegal. Okay, dann geht's. Seid ihr bereit? Drei, zwei, zwischen Gregor. Drei, zwei, eins, go. Oh, Marius Plomber-Skills war nie in der 3D-World eigentlich. Ich hasse das 3D-World-Level. Kein Spaß. Da, wo wir und Josy sitzen und so, da an dem Regal. Und los geht's. Wir arbeiten ja an dem Regal, bekannt am Tag. Gregorius am Pet. Da, wo früher Dennis Heinrich saß. Stark, stark, stark. Sehr gut. Stark, stark. Stark, rein, raus. Stark, stark. Rein, 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 raus. Danke, Kraner. Ja, Mann, ich freu mich. Stark, die Münze mitgenommen. Das war mega Quatsch. Und wieder raus. Stark. So was sah gut aus. Große Röhre. Rein, raus, durch, durch, rein. Nice, Gregor. Und Checkpoint. Zack. Sehr schön. Weiter, raus, egal. Ist egal. Alles vor Absicht. Ich wollte mal gucken, was da ist. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Ganz gut was Neues. Boah! Ha! Hey, hey, ho! Ha! Ja! Oh, ey. Ha! Gar nicht gehabt! Was? Alter, fuck off, ey! Das ist ja super frustrierend hier. Das ist ja wie Haus von Haus. Boah, aber ich... Na ja. Gregor, es ist vorbei. Jetzt habt ihr vielleicht noch mal ne kleine Chance. Ah, scheiße. Das ist doch Quatsch. Das ist doch purer Quatsch hier. Ping! Äh, B. Mare, willst du noch mal? Ich war in der Berichtstelle davon. Ja, komm, Mare, wie noch mal? Oder willst du, Eddie? Ist mir egal. Bleib einfach drin. Ja, okay. Egal, das ist Mike. Ja, sagst du eins. Achso. Ist das Krabbengeschmack? Das seh ich nicht. Hier das, wo in Capstalk steht, sehr schwer. Ja, das ist für Farben. Äh, was hatten wir denn jetzt schon? Das ist Chips. Den CLB hatten wir schon, den hast du wegstreichen. Ist die zweite Liste auch noch da? Die ist schon weggespielt. G6, 1. Oh, hä? Sorry. I, 6, 1. C, J, B. Wie fucker, ey. Was war das denn? Ey, es gibt es schon den ganzen Namen. K, L, E. Was ist B? Was ist K, L, E? B, K, L, E. Der Buchstabe nach A. Ich hab mein ganzes Freund Mario gespielt. 54 Sekunden. Bessert. Okay. Mara ist super. Mara hat einen von drei Punkten geholt. Find all big six, äh, zack. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ignorier das. Alle großen Coins zu finden. Kann man das ignorieren, oder was geht's tun? Nur den Levelbanden. Mara. Choco Mountain. Nicht Lisa. 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 Sammle alle Zehnermünzen und errichte das Ziel. Die großen Zehnermünzen. Sammle alle Zehnermünzen. Wir haben null von sechs. Vier Ecke drückt halten zum Laufen, ne? Okay. Oben drauf, oben drauf, oben drauf. Genau, mit dem Drehsprung auf den drauf. Mit dem Drehsprung? Ja. Dann wuchtet er dich hoch. Hä? Kannst du nicht einfach auf den drauf stehen? Nein. Rechte Schultertaste? Mit der R-Taste. Die hast du doch schon mal benutzt. Mach ich doch hier. Ja. Aber halt auf den drauf. Du musst den trägern. Und dann drauf. Mit dem Drehsprung auf ihn drauf. Nur er oder auch? Nur hier hinten. Guck mal da. Guck mal da. Wie der Kopf sich mitbewegt. Nein. Haha. Mega lame. Ja, ist sehr gut. Genau so. Und dann einfach warten, wenn er hoch geht. Ah, dumm. Ja. So, gedrückt halten. In der Mitte. In der Mitte. Die Taste nur. Nur die gedrückt. Die springt von alleine. Du musst keine andere Taste zum Springen drücken. Ach so. Verstehst du? Mara. Druck. Stress. Sehr gut. Come on. Mara. Macht den deinen super schwierig. Also. Gedrückt halten. Okay, hast ihn geholt. Ach so. Ich kann sie nicht mehr. Gut. Ah. Bis zum zweiten Mal. Das ist in Ordnung. Scheiße. Was geht da ab? Fällt. Oh Mann ey. In der Mitte. Ach, in der. Keine Angst. Kriegst du nochmal. Sehr gut. Mara. Was? Jetzt rüber. 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 Nein. Wo kommt der nicht? Zwei Minuten vorbei. Komm auch Mara. Alles noch drin. Habt ihr das nicht im Hänge gespielt noch? Da hab ich's zum ersten Mal gespielt. Oh Gott. Das muss laufen gedrückt halten. Das meinst du mit der ersten? Okay. Willst du abgeben? Noch nicht. Erst mal lernen. Ja. Ist denn Lisa so viel besser? Ja. Scheiße. Aber bescheiden ist sie nicht. Ja, aber das kann nicht unser Maßstab sein. Wo wir noch einmal dann der Freddy spielen. Dann muss ich's ja besser machen. Ja. Ich kann nur gut motzen. Motz on Motz. Oh, dann wär ich gut. Oh, schön. So, war's. Oh, was? Oh, nee. Oh, kass. Oh, kass. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt kannst du selber halten. Jetzt musst du... Ach, mein Arm. Hä? Ach. Aber gedrückt halten klappt nicht. Man muss mehrmals drücken. Nee, du musst nur gedrückt halten. Nur R, nicht die andere Taste zum Springen. Oder unten ist noch die Müsse. Das war auch mein Tor. Ah. Okay. Ja, die hast du eben auch schon geholt. Einen der Versuche. Ach, ist das mies. Hey, das ist doch... Okay, jetzt hab ich's. Was denn? Lisa ist weiter. Nein. Ja, der ist zwei Münzen. Der ist noch nix. Oh Gott. Das war doch früher nicht so. Das war nicht so, genau. Ja, früher, Alter. Früher war das auf Kreis. Jetzt ist es auf R. Ja. Huah! 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 Halle, locherbammt vom Fugel. Kannst du unten durchspielen. Oh, Hammer. Gut. Sehr gut. Fantastisch. Die zwei Deziner-Münze. Da ist vielleicht noch ein Pilz drin. Nein, natürlich nicht. Nein, oh Gott, ich hab das nicht gelockt. Oh, sorry, Leute. Sorry, Leute. Da fangst du weiter. Die Deziner-Kisten sind immer draußen, ne? Die liegen... Die kann man nicht... Supergut. Shit, die Ficke. Wahrscheinlich in der Röhre. Ha! 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 Tamagotchi! Ich will auch gleich mal probieren. Nein, ich will auch mal probieren. Ich hab immer den gleichen Fehler. Pass auf, ich bin wieder zurück. Miche? Ja. Ich hab schon völlig abgeschaltet. Das ist bei dir im Gehirnfarben und dann... Hey! Du, 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 du. Hey! Die Münze ist nämlich jetzt weg. Aber ich hab ja schon zwei. Ja, aber eben ist ja eine gewesen. Wahrscheinlich musst du in die Röhre holen. Meinst du? Ja, du musst alle sechs haben. Ja, jetzt können wir mir vorstellen, dass da eine Münze ist in der Röhre. Oh, ja. Du bist alle, du bist alle brauchen wahrscheinlich. Das ist easy. Ja, gut. Immer jumpen, immer jumpen, immer jumpen, immer jumpen. Das ist nicht geil hier. Immer jumpen. Freileben braucht kein Mensch. Da ist noch einer. Wieder zurück. Und wieder zurück in die scheißen Drecken. Ha! Das macht nichts. Einmal darfst du berühren. Geh nicht! Okay. Alter. Geh. Geduld, ganz vorsichtig. Cool, cool, coolie, coolie, cool-sinn. Das kriegst du hin. Schieß rein rechts, dann kannst du hier wegbombnen alle. Really? Sehr schön. Vorsichtig! Oh, nein! Oh, Mann! Oh, das ist doch unten in der Schuhe. Nein! Ist das so irgendwie... Singt der IQ jetzt immer? Auf jeden Fall, ja. So diese, aus Zack McCracken, diese Maschine, die man macht. Ich muss überkehlen in den Schuhen. Ich dreh gleich durch. Gib mir das Padroherr. Das ist witziger, mega lustig. Zwei. Machen wir. Ficki, ey. No, no. No, 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 no. Keine Fehler machen. Fehler sind lame. Sehr gut gemacht. Nur räh dem Panzer. Ganz locker zwischen denen springen. Springen. Oh, nein! Okay, ganz oben ist vielleicht einer. Vorsichtig einmal. Feuerblum ist geil. Ist geil! Boah, miese, Miesigkeit. Miese, Miesigkeit. Super gut. What the hell? Okay, du musst mit dem Drehsprung auf den, ähm, auf die Kugel rauf. Ach, auf... Warte doch, bis ich den Satz... Nee, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Dauert denn der Satz so lange? Nein, danke. Du musst mit dem Drehsprung... Auf die Kugel. Ich wollte sehen, wie du es verarbeitet hast. War das sehr konzentriert. Darf ich nochmal? Nein! Einmal noch. Kriegen wir eine fünfminütige Verlängerung, bitte, von der Regie? Raffi ist am Pet. Fünf Minuten? Hatten wir vorhin auch, hatten wir vorhin... Haben die einfach eingefordert und gekriegt, jetzt dürfen wir unser Team uns auch meinen. einfordern hier jetzt. Warum habt ihr das bekommen? Ja, okay. Geiler Typ, Paul. Pass auf. Paul ist hier nämlich der Typ. Bis vorne. Nee. Nee, das geht besser. Hier ist der Pilz. Das ist schon ein Expert-Gameplay, was wir hier sehen von Ede. Das war Intentional Damage. Ich hab keine Ahnung. Wunderfucker! Ede, supergut, Ede. Intuition, oder was? Ja, Mann. Wir Level-Designer kennen uns untereinander. Das ist ein Expert-Gameplay. Das ist ein Expert-Game. Ach, ich Idiot. Ja, da vorne. Ach, ich Idiot. Schwierig. Das heißt also, eine Woche lang kann kein Praktikant bezahlt werden, oder? Das ist lächerlich. Du musst erst mal reinkommen, Bruder. Ja, aber ich bin zu gierig jetzt. Du hast nur fünf Minuten. Das geht. Aber das ist ein guter Level. Er ist guter Level. Zu gierig, ne? Ja, nicht zu schnell, Budi. Geduld. Ja, okay. Jetzt, 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 jetzt. Deine Finger mussten hinterherkommen mit deinem Finger. Gut. Sehr, sehr stark. Schön. Ja, Raphael, du bist halt echt gut, ne? Ist es wirklich Raphael gegeben? Nein. Ihr habt doch auch schon getauscht. Ja, ich habe aber bisher noch nicht gespielt. Ja, wieso? Ich spiele ja nicht. Hast du mal Raphael's Level gespielt? Nee, ich habe dir gedacht, dass das scheiße ist. Das ist ziemlich scheiße, aber ist auch unmenschlich. Sorry. Hast du es geschafft? Nee. Ich habe dir nicht gespielt. Ich habe zugeschaut. Welcher ist auch unmenschlich? Raphael's. Naja. Aber die Sache hier ist halt echt kompliziert. Ja, wann spawnt der denn wieder? Spawnt der überhaupt wieder? Bestimmt. Scheiße. Hör ich wieder. Achso, es geht über Blöcke. Ah. A, B. Stark. Ah, guck mal, das ist aber auch sehr irreführend tatsächlich, ne? Aber ganz cool eigentlich. Gut, 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 gut. Ja, generell müsste man mal ein Lob aussprechen für die ganzen Bauern. Haben wir bestimmt schon hundertmal, ne? Weil die Level sind halt knackig, aber sie sind trotzdem fair. Ja, das stimmt. Außer die Beschissenen. Wie scheiße. Winter waren gar keine dabei, die beschissen waren. Das ist der Großteil. Gregor. Du hast eine Münze vergessen, Raffo. Oh, scheiße. Raffo. Ja, ich dachte, da wäre noch eine hinten. Waren die so schlimm gewesen, oder was? Oh, Raffo. Aber was soll die denn sein? Und ein Joschi noch. Oh, eine Feder und was geht jetzt ab? Oh. Vielleicht braucht ihr die Feder, weil die noch irgendwo oben ist? Also außer Mara, weil Mara war wirklich grottenschlecht. Oh, Eddie. Aber da, wo das Potenzial halt angedeutet weckt. Ja, das ist so schick. Geh doch mal oben auf die Fragezeichen-Glocke drauf. Da? Nee, nicht da. Links? Bei dem Ding hier links weiter. Also man muss da einfach wirklich objektiv sein. Ganz nach oben nochmal da, keine Ahnung. Irgendwo muss da noch eine sein. Da oben drauf vielleicht. Was ist die denn? Raffo jetzt ist nicht 5 von 6. Da waren wir nicht mit 5 von 6. Da unten warst du drin. Ja, da waren wir nicht mit. Ja, da war ich's gerade drin. Oder ist sie hier ganz oben vielleicht? Ja! Oh, fucking hell. Stark! Und direkt in den Abgrund. Nicht der Mist. Jetzt ganz entspannt. Machst du's gut. Ich höre, er ist so ein Arsch. Raphael, fährt das Ding nach Hause? Ja, easy. Ist die safe in Nummer. Er ist so ein Typ, weißt du? Kann ich da, wo er ist? Mach es mal. Konzentriere dich jetzt mal, darauf hinzukommen, Udi. Ganz stark. Nimm es den Joschi noch mit dir. Ist das der erste Joschi-Level eigentlich heute Abend? Ich habe auf jeden Fall noch keinen gesehen. Und die Sache hier finde ich echt mies. Stopp! Aber dann machen wir noch nicht den superschweren Level. Ach, Mann, ey. Sein Gesicht ist okay, aber seine Seele ist ein bisschen komisch, was? Nee, ich rede mit Ben. Ja, ich will auch noch mal gegen Gregor. Warum nicht? Oder willst du? Ist das jetzt die Fede? Achso, nee. Ist das jetzt die Fede? Ist das jetzt die Fede? Jetzt könnt ihr entscheiden. Gregor hat da vielleicht auch ein Wort mitzureden. Ist mir alles egal. Ist die sehr schwere? Habe ich echt mehr von dir erwartet. Oh, die sehr schwere auch noch. Sorry. Äh, was sollt ihr denn jetzt machen? Das normale? Irgendeiner aus der Mitte oder die sehr schwere? Ist mir egal. Ich finde, die sehr schwere müssten eigentlich Fabian und Gregor austragen. Vielleicht sehe ich nur hier eine riesen Blutfeder, aber das können wir uns dann für mich machen. Also, normal weiter. Dann den nächsten einfach, der jetzt kommt und lasst den einen aus. Y, W, 2. Kannst du dich zurücklehnen, Ede, bitte? Ede, kannst du dich zurücklehnen, bitte? Y, was? W, 2. X, S, D. X, S, D. Q, C, G. Wieso gibt es Z, I und O nicht? Was soll die Scheiße? Ich krieg mich einfach auf. Gibt es japanischen Blutfeder? Eine Minute 22. Bombenberg. Ui, okay. Das wird eine lange Nummer hier, denke ich. Bob-Oms. Auf, los, ja? Drei, zwei, eins. Los! Bombenberg. B-Bombs. 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 No. Noch runter? In die Röhre rein. Oh! Das könnte ein Trick sein. Eine Abkürzung. Die Frage ist, ob man den Rot-Münzen nicht... Großbomb. Großbomb. Muss man die Münzen... Na ja, das letzte Mal nicht. Stark. Ihr seid exakt genauso weit jetzt. Aber es kann sein, dass da irgendwie ein Schlüssel versteckt. Ja? 3 Stunden. Rego hat die Roten Münzen auch nicht mitgenommen. Sie sind exakt gleich weit. Jetzt verzichten erstmal auf die Dinger, würde ich sagen. Ja. Bei der Geschwindigkeit wegen. Schön, Greggie-Koks. Okay, das wird ein guter Sprung. Der fährt so ein Ding, oder? Ne, aber Grego hat ja nur mit Lob nicht umgehen, oder? Ja, Grego ist runtergesprungen. Na ja, da kommt's aber so. Mach mal den Dreh, willst du mir den Drehsprung? Geht's damit? Ne. Ja, ne? Obwohl, vielleicht schon. Oh, stark. Hä? Oh nein, warum ist der jetzt nach unten gegangen? Ja, weil du nach unten gedrückt hast. Da war mein Fettfinger auf den Naunen-Knauf gekommen. Nehmen wir auf jeden Fall hier die Roten Münzen. Wo sind meine Jungs im Chat? Wo sind meine Girls im Chat? Ejo! Ja. Was ist denn hier passiert? Alle im Twitch-Chat machen Ausrufzeichen. Alle im YouTube-Chat machen Fragzeichen. Yeah! Freitag! Da kommen sie die Ausrufzeichen! Twitch ist am Start! Wo sind meine Fragzeichen? Ejo! Da sind die Fragzeichen! Yeah! YouTube! Uhuhuhu! Frag mich, warum du kein Streamer geworden bist hier. Da bin ich doch. Du fragst dich, warum ich kein erfolgreicher Streamer geworden bin. Äh? Oh nein, gericht. Nice. Ah, Gregor. Gregor. Du wirst auch noch deinen Moment hinterlassen. Lass dich doch einfach einmal treffen, geh da durch, hol die Münze, hol dir den Pilz. So, zack. Fertig. Oh. Ey, Ninja hat 50 Millionen gekriegt dafür, dass er beim Mixer streamt, also seid mal netter zu mir. Ich hab auf 50 Millionen verzichtet. Das ist ja ... Gute Geld. Wenn die anrufen würden und sagen, 50 Millionen dafür da wirst du bei Mixers streamt, dann würde ich sagen, NEIN! Gibt es da auch Beans versus Mario Maker 2 gegen Raphael? Kein Raphael! Jawoll Gregor! Alter, Gregor is in the zone! Wie Ralle Gunesch. versteht ihr ich glaube du musst dich einmal treffen lassen nein musst du nicht jetzt rein und er hat auch noch das vieh befreit vielleicht braucht man die schlüssel für die letzten münze ja ja wie kommen man konfront sie durch oder was kann ich wieder zurück also schön ist es aber nicht da ist eine tür mitten in der luft seht ihr das warum ich sehe da rechts mara siehst du nicht sehr gut nein nein das ist nicht euer ernst wer macht denn sowas das ist eine falle da kommt man da nicht mehr raus ich glaube nicht dass wir hier aber willst du dann die münze da herkriegen du musst sagen wir zerbomben von der anderen seite okay ist das eine miese ist immer jetzt alle münzen was das haben wir ja besser ist nein es hat uns bislang immer nur zeit war nur die eine die ja aber kommen wir haben fünf andere ist wenn es soweit ist dann werdet ihr verstehen warum ich das war eines tages werde ich mich rächen ich werde die herzen nachkommen jetzt er fabian ich hab's fast geschafft frauen wir uns gar nicht mehr da muss ich ein bisschen abregen ja meine leistung genügt nicht leistung genügt nicht für fabian du willst du dich die münzen mir nehmen ja okay mach ich ja wenigstens einer der mich verstehen die münzen ist viel weniger zu haben bouncy bounce ach solide was soll ich sagen ich tue mich schwer mit der stelle hier ja bleib drauf stehen zack und ja weißt du das nicht sehr gut sehr gut okay den kann ich aber befreien mit einer stampfattacke mit einer was mit einer stampfattacke sehr sehr stark siehst du überall ist eine rote münzen ja wir könnten die mitnehmen das haben wir die erste halt schon da ja eben komisch ah ey man raffa ich bin jetzt nicht mehr der jüngste manchmal mache ich fehler ich verzeihe dir fehler einzugestehen ist auch eine stärke die habe ich nein nicht da rein nein nicht da rein nicht da rein das ist eine falle glaube ich glaube ich und was ist hier mit der tür da muss ich da rein nein da auch nicht rein dann fährst du hier hier rangehen oder weiter gehen woher wüsst ihr das denn habt ihr ja drüben hingekommen nein da rechts war eine tür in der luft achso also ich nehme an dass er dann rausfällt ne 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 ist das grego schon passiert weiß ich nicht ja ok hier geht es aber auch nicht weiter weiß ich tatsächlich nicht achso wir wissen es gar nicht das kann ich schaffen oh guck mal da ist eine rote tür hä und hier geht es eigentlich durch jetzt kommst du nicht mehr zurück genau so geht es mir wir brauchen schätze ich die roten münzen wer hätte das gedacht die tür hätte es mal gehen müssen da war ich schon weshalb ja ich dachte du wolltest alte bekannte wieder da fehlt noch eine da ist die roti ja aber es fehlt noch eine rote rote schlüssel man braucht alle schlüssel und da ist der schlüssel sag ich auch ok yes sehr gut yes geil alter geil jetzt ganz cool bleiben das ist cool ich finde das richtig schlimm so jetzt an die fahne springt jetzt dann gregorius kathrius danke schön hammer alter tut mir leid für den schwitzi für was ein bisschen angeschwitztes pferd ich wollte gerade sagen 20 minuten jetzt jetzt noch aus eieieiei wenn du in der luft bist und dann den dreharm machst das war der zweite gute level heute oder map ja moment ach machen wir jetzt die schwere ach ich dachte das war die schwere nö ne dann nicht die schwere ok 7 4s wie 7 4s ich wollte nur aufholen ok b8r b oder p ja das ist natürlich ärgerlich ähm wpg wo kannst du deine beine noch ein bisschen ja wpg shit oh kurz und knackig ich muss eine minute ich muss deine geschichte erzählen 1,2,3, los ja ich hab's noch gar nicht gedrückt eddie ja ist egal ja stimmt obwohl es gibt 6 wir führen ganz krass aber wir führen in einem herzen wir führen ganz krass wir führen ganz krass wir führen ganz krass wir führen Underdogs ich hab mich zu Tode erschreckt aber ich lass mir nichts anmelden wer spielt Fabian? gut boah schade geduldigen Fabian ist ein bisschen kotzig falsch komm schuldig mal in deinem Alter ist das kein Wunder das stimmt niemand der noch älter ist unterschiedlich hab ich gut gehalten wie weit ist Eddy? ja Eddy ist ganz weit hinten ganz weit hinten das wollte ich nur hören einfach das war mir egal das klingt immer wie ein Furz da würde ich einfach so hochgehen jetzt das ist glaube ich auch Quatsch was ich jetzt mach oder? nee ist genau nicht das ist wirklich strange ich dachte eigentlich dass ich nach rechts da lang müsste nee links geh erstmal links lauf volle Brüder durch gleich links guck mal lauf einfach mal Schlüssel damit du jetzt die Münzen ein oder wie? ja jetzt? jetzt kriegst du auch rein lauf da durch gehst du in die Röhre rum zum Ziel selbst wenn du verlierst egal macht nichts richtig solide Fabian stark oh ist denn sie auch so ein falschen Weg gerannt? ok check wir sind da gar nicht falsch gegangen so es war als ob wir Eddy irgendwie verarschen müssten der hört gar nichts zu der ist so multitaskendgefähig wie ein Ananas fuck hier ist falsch geh rein geh rein das ist ein Trick da rein vielleicht musst du klein fahren ja rechts rum auf jeden Fall hochgehen ein Graff hoch wir sind ein echtes Team Fabian da hilft man sich gut 50er oh man ja auf jeden Fall das war richtig dumm ich verscheide ich immer wieder auf das Ding rauf wie komm ich denn durch das? du musst von meinem Hund nicht springen 50 50 Shows drück runter drück auf jeden Fall nicht klein jetzt geht's jetzt schaffe ich es eh jetzt spring aber nicht aber jetzt sterbe ich gleich nee tust du nicht nee du schaffst es nee ich bleib jetzt einmal wirf da einfach rüber ohne die Ranke gut bist du Fabian deswegen sollte man immer an sich glauben boah stark hier bin ich generell falsch dann geht's auch nicht weiter die Ranken gar nicht erst jetzt komm ich ja nicht mehr hoch ne ja mit viel Anlauf ach muss sehen die Ranken hat es versucht einen zu warnen und jetzt hier passt auf ne nach da jetzt in die Röhre der Fabian ist schon fertig mit dem Level das stimmt das stimmt hurra Fabian das klatsche ich nicht hurra wo dem? ja da bist du 13 zu 4 das ist ja desaströs machst du die ganz normaler Freitagabend die Runde davor ist ein C zu 1 aus kannst du den Fuß runternehmen bitte? seid ihr ready? yes DK9 BW5 SNG das ist ein Krass Alter Alter das ist ein Krass super Rampi zeitgleich ey 3 2 1 go Abschlussrate 0% Barsers Terrifying Pass von SCAM also rote Münzen nicht vergessen Rudi ja rote Münzen warum? wie kommst du jetzt drauf? das ist der Stand ok da ist ein Pilzer ach du Scheiß das kann man machen das geht super gut musst du die mitnehmen? ne rote Münzen oh sehr gut warum ist die Tür? hast du gesehen? ja erstmal ignorieren ich versteh mal ich hab heute Dennis hat uns ja auch was hat das ist ein bisschen anders ah ok dumm da hätte ich mal gegenspringen sollen ja da musst du doch gegen Schalter springen ja weiß man nicht wenn er on steht ich geh da nicht fast Motivation der Mitarbeiter Training auf Mobbing auf Mobbing genannt oder auf Mobbing genannt kurz Mobbing reverse Motivation kurz Mobbing ach schön du bohrst richtig ab ich hab das hier jeniger wenn er auslöst ich war heute bei jedem Part dabei das ist der erste wo der Trash Talks nur team intern stattfindet ja weil es läuft dabei auch kein Wettkampf mehr hier zwischen den Team ah ok gut ich hab's auch zu tun zu tun zu tun zu tun zu tun Mond jetzt ey Rafa ganz kurz oh ich bin zu gierig boah das ist aber richtig ja bitte ne schon gut ok wie war das Abschluss von 0% hat das ernst ja das haben wir nur 5 Leute gespielt achso der mal runter ist das der ganz schwere nee ja nee warte ab Rudi einfach einfach der springt da runter sorry aber Ehrlichkeit first auf die Kanonen und dann auf den Türen ja der Grüne kann auch runter springen ab und zu mal ne da muss er aber Glück haben ich wusste oder du schießt es gleich das geht auch ne nicht so schlimm Champ ja geh rauf und hauen weg krass krass drauf oh shit ich muss meine Fahrraddremse haben sie heute gerissen das ist mir dabei eingefallen fahrraddremse ja meine Handbremse ja meine Handbremse und jetzt hat es klar ich will nicht alles Handbremsen du kannst ja auf den Tritt machen achso aber es ist halt viel gefährlicher also es greift weniger als meine Handbremse ok schalter nicht vergessen stark nochmal nein daneben gesprungen unfassbare miesigkeit alter raffo holy fucking das war ja Titz stark holy fucking das war ja Titz bist du gewusst dass das da rauskommt jetzt das war ja Titz scheiße ey weiter wie Udfer das möchte ich mir auch angewöhnen das Wort ja einmal noch dann hast du es ja aber woher kommt mach das nicht Bruder gut mach den weg schieß richtig gut jetzt Ausgang stark viel Erfolg tschüss Anton tschüss Anton tschüss Hammer du hast den Checkpoint erreicht den du nie erreichen kannst ok wenn ich jetzt sterbe das ist halt Softlock ne was ne ne ich muss irgendwo einen neuen Helm da unten geht es auch rein jetzt gehst du den gleichen Weg noch nicht ja aber wo ist denn lang ich war hier ach ich muss ach ich weiß es wie du weißt scheiße ich brauch halt den Helm ne vielleicht noch einen Abwarten hä das war jetzt aber auch ein bisschen falsch aber ich brauch den Helm glaube ich um weiter zu kommen siehst du jetzt bin ich nämlich hier äh Mann ey nimmst du die roten Münzen mit ähm ne doch boah das klein ist aber auch kein Geschenk ne das was das hier klein zu spielen klein zu spielen ja im Zustand des kleinen Marios ach so alter warum kommen wir da gar nicht durch ja ich kann ja eben durch aber da muss ganz recht sein irgendwie das Pixel genau bei mir muss man sich rü- hä ist doch scheiße das ist doch kein Checkpoint das so ja es ist halt mega unfair weil du klein bist ey das ist richtig äh gut ah shit hab du dir den Checkpoint auch erreicht ja ne ich glaube ja will noch jemand anders versuchen oder soll ich durchziehen jetzt ah ne das ist noch am Anfang oh Gott peinlich das ist schwierig für die jetzt ganz stark sehr gut es ist so zum kotzen dass du den Helm nicht verlieren musst du aufpassen mhm stark 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 wenn du das schaffst bist du der erste der es geschafft hat Raphael ach das glaube ich nicht ey die sagen von sich ja immer dass sie so clever wären aber wie krass soll ich denn kennen die kennen die ja auch scheiße was mach ich denn das schaffst du glaube ich ah shit äh äh hättest du nicht mit dem Drehsprung oben drauf springen können ja hab ich versucht noch aber ich bin ich oh ne das ist so ein puh äh ich bin jetzt frische Luft und ich schnach hier wirklich ganz ganz schlimm ja ich merke das der letzte ja du kriegst das Teil überhaupt nicht ich bin übrigens geil dass wir hier diese weißen japanischen Wände ich finde es super sieht richtig cool aus sehr wohnlich so hast du mir überlegt was soll ich dir denn ein Wohnzimmer zu stellen ne aber eigentlich aber du hast doch voll die große Wohnzimmer hast du schon noch was du als Raumtrenner das wäre sinnvoll so wie bei Raphael Raphael fick dich ey schon wieder wollen wir einfach dieses Format weitermachen was Gregor und ihr jetzt vorgemacht haben ja du meinst damit auch mal der wird zu Ende gespielt werden äh äh haurig ey das ist so krass wie das ist so krass haa ich muss feinerweise sagen dass das Team muss einfach voll verletzt werden lol ich meine es ist schon so weit wie geht diese Filmsendung los wo sich dann alle beschweren werden dass ähm wir machen hier Beans vs. weiter Eddie hat gesagt er möchte über hier weiterspielen ne Eddie? das ist ein Vermittment dann bleib zu einem Format wo er für geht haa haa ich hab's schon wieder verkackt äh woher kommt der denn jetzt? deutschlands weltbeste der welt aus deutschland würdest jetzt richten ihr guckt zack einmal da drauf zack zack oh shit oh shit shit er lässt mich da nicht hoch weißt du was er blockiert mich er ist schuld und jetzt ach vor jetzt schränk dich nochmal an los oh shit das ist deine Chance jetzt nochmal ja aber es ist ja nur noch noch an der Höcken kann eventuell runterspielen da bist du Jego machen wir danach den Superschwerlevel zum Abschluss das ist auch ne schöne Geschichte vielleicht gewinnst du dann da und dann kann man sagen hey guck mal er hat's am Ende doch noch geschafft einmal zu gewinnen wenn ich das emotional irgendwie regen würde dann würde ich mich freuen mich oder dich Mann so ich schaff's jetzt echt einmal noch mal vergessen mit einem Minute haben wir noch das geht das kriegst du einen stimmt ne keiner war der Sieger auch wenn alle es versuchen haben doch wir waren's doch wir waren's im Moment ich möchte was anmerken nein oh shit oh nein oh no oh no das ist lächerlich das ist auch wirklich ein kackle ihr seid in der letzten Minute scheiße ey ich werde heute Nacht nicht schlafen können ne ja aber du bist ja der ideelle Sieger weil du tausendmal weiter bist als die anderen ja das stimmt wir haben immer durch den Checkpoint erreicht ach das ist jetzt aber zum ersten Mal passiert ja 20 oder oder skip salt skip salt oh nein noch 10 Sekunden oh no ok wenn ich jetzt respawne darf ich es noch einmal machen ne 3 2 1 stopp aus in leider nix vorbei ok Schluss ok Raffo schafft es schon mal nicht mehr warte wir leben noch wir leben noch wir haben noch ne Chance ja aber die Zeit ist noch vorbei links ist noch ein Pilz also ich glaube ich würde jetzt noch mal gerne die Superschwere sehen ja oder war das auch schon super schwer ne ne sehr schwer in Caps ja das kommt jetzt wer hat dann gewonnen keiner haben beide verloren achso ja machen wir jetzt den schweren Fabian ja ja HSD genau 6 4f solange ich den Sprecher sehen kann ja rtg musst du wieder auf meinem Fuß aufpassen ne rtg ja also was war aber hsd 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 6 4f äh 6f4 Entschuldigung ja toll ja Schweine schweine rtg hm Das ist auch für mich. Das ist eine Abgüßung für Ragu. 2 Minuten 53. 0,3. Johansen? Ist das unser Dancing Johansen oder was? Feldrekord 3 Minuten. Abschlussrasen 0,3. Das ist ziemlicher Quatsch. Da steht Taking One Coin to Mordor. Das werden wir niemals schaffen, da irgendeine Münze durch den ganzen Level zu. Und das Schönste ist, er hat sich selbst ein Herz gegeben. Ja, warte mal. Ich glaube, ich habe das Video davon gesehen. Ja, normal schweres. Okay. Achso, jetzt macht ihr es gar nicht? Wow. Das ist ja traurig. V, C, J. Ja, ey. Lass die Blutfeder. Lass sich zu viel Gewicht haben. Lass sich zu viel Gewicht haben. Lass sich zu viel Gewicht haben. V, C, J. Ich kann das jetzt nicht mehr. 9, 1, S. S? Ja. Mach mal 200 auf die Benchpress. L, J, F. Irgendwelche Sadisten bei so Gewichtdingern tun dieses Umsteller extra hinter das Gerät. Dass du das da so hinstellst und so, kacke. Nein, das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätselding. Rätsel ist auch hart. Ne, da ist es lieber nach 5 Minuten diskutieren, jetzt bis die Sendung vorbei ist. Ja, das finde ich gut. Okay. Also, kein Rätsel bitte. Ne, Jump Runch, den nehmen wir. Ja, das war das andere auch, aber ich mache noch, ja. Okay. N9F. Jeder, ich muss... Kannst du auch das nehmen, wo... Hört den Fernseher sehen. KQJ. Das haben wir rausgelöscht. Aus dem Internet? RKF. Das steht ja da noch. RKF? Ich sehe das nicht. Ach da, das habe ich auch nicht gesehen. Auch das hätten wir dann... Den hier? 12 Sekunden, okay, komm. Ja, Densen hat den Weltrekord. Danke sehr. Ja gut, lass machen. 3, 2, 1, go. 12 Sekunden. Winner takes it all. Ja, ist off. Wir haben gewonnen. Auf gar keinen Fall. Wir haben gewonnen. Ist das denn jetzt? Ist der Matchball jetzt. Ausrufezeichen! Zack, wir haben gewonnen. Okay. Du packst das, Fabian. Ich bin da voller Vertrauen. Superschlecht, Fabian. Was ist denn das für eine komische... Was ist denn das für ein komisches Level? Ja, Gregor. Stark. Oh Mann, ey. Muss dann links wieder hoch, ne? Gibt es den Griechen dann auch hin? Links hoch, glaube ich. Links hoch? Also auf dem Trampolin dann ganz hoch, oder? Nee. Da war nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Da muss man nach in meine Ruhe. Habe ich doch. Wohl. Ich weiß ja nicht, was der... Ah, nee. Ja, geh mal. Sehr gut. Ach ja, das sind ja solche Flunzis. Aber ich glaube, wenn du auf den draufstocht, doch, dann kommt die Pommen auch raus, ne? Na gut. Ja, hoch. Ja, ja. Oh. Das fängt ja schon mal gut an. Keine Sorge, Fabian ist auch mega schlecht. Fabian ist falsch? Das von Eddie. Takes a wolf to catch a wolf. Jetzt geht er ein halbes Jahr lang nach hinten. Da ist schon das Finale. Das ist das Ziel. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Oh, fuck. Okay, das schaffe ich es aber. Holy moly, ja, jetzt kriegst du es hin. Die Zeit ist wirklich abgelaufen? Du musst auf jeden Fall mit den Flammen schneller sein. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Direkt raus, ne? Ja. Direkt wieder raus, links dann. Ja, aber... Wie viel sind das? 20 Sekunden? Ja. Das ist schon möglich. Das Level, ja. Insgesamt 20 Sekunden. Ja, das war jetzt nicht. Sagst du nicht. Ja, danke. Das war deine Spielkarte, Junge. Oh, jetzt leg ich jetzt uns hier intern noch auf. Ach, okay. Und dann schiebt er... Kann man sich das angucken, wie andere das durchgespielt haben? Nee. Boah, das war nass. So, ich hab's. Yes! Wirklich! Alter! Wirklich, Fablinger! Mann, ey. Alter, Fablinger, ey. Herzlichen Glückwunsch. The winner takes it all. Also, das wird gewonnen jetzt. Ja, freut er sich, der Fabling. Ich freu mich richtig. Ja. Zurecht, er war ja auch richtig gut. Ja. Ja, klar. Offizielles Appekiste für Beans vs. Mario Maker 2. Das war's. Ach, wir haben viel mal verloren. Gratulation an Team Mario. Wir können auch mal den Gesamtstand für den ganzen Tag... Oh, ja. Oh, ja. Das hat mir noch gefehlt. Danke, Paul. Dann zeigen wir mal den Gesamtstand. Ja, erst mal kommen uns, und jetzt kommen 40 für die anderen, ne? Warte mal, nur mal nachrechnen! Da waren ja nur Trottel in unserem Team. Die Teams haben wir nicht vorher festgelegt. 28 zu 9! Ja. So kann das mal kommen. Ein Glück, dass du kein Auto hast, Fabian. Aber es hat ne Menge Spaß gemacht. Wir werden bestimmt wieder ein Games vs. machen. Ähm, sagt doch alle mal Tschüss! 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 Bis weiter mit dem Fall! Game Two und danach kommt Filmfights! Bis gleich! Tschüss! Dankeschön! Nach alle! Tschüss! Ciao! Komm mal, ey! Ist das jetzt Slowflap? Mann? Pforab 18 usw? Ja! Mann! 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 Vielen Dank.